Wir mussten hier gerade im Studio so lachen, weil es kam die Frage auf, ob alle, die uns was spenden, uns auch gerne sehen. Aber wir wollten natürlich genau umgekehrt fragen, also ob alle, die uns gerne sehen, uns auch was spenden. So ist die Frage nämlich richtig und das ist eine Frage, die ich jetzt an euch stelle. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung. Wir sagen all denen danke, die uns schon was geben und wir wären wirklich sehr froh, wenn der ein oder andere sagen würde, Mensch, ich schaue das regelmäßig, da kann ich doch mal den ein oder anderen Euro locker machen. Wir können euch versprechen, das Geld ist gut investiert in neue Projekte, in Fairtalk, in die Zukunft. Also vielen Dank von uns hier, vom ganzen Team. Bis bald. Das ist die Frisur überhaupt in Ordnung. Die Frisur sitzt, Hermann. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen in Hamburg, von Marburg nach Hamburg. Und neulich war ja Peter Hane da, der hatte schon erzählt, sein Zug war pünktlich. Dein Zug heute war fast pünktlich. Also die Deutsche Bahn meint es gut mit Fairtalk. Ja, also das ist unglaublich. Also ich kann es gar nicht fassen. Ein IC, diese schönen alten IC-Züge. Ich liebe sie. Die werden aber immer mehr ersetzt durch ICE, wo du viel enger sitzt. Und ja, das ist noch erstens mal kaum Fahrgäste. Und da sitzt, ich gehe immer ganz nach vorne, wo die Fahrräder sind, nicht weiter sagen. Sonst sind alle vorne. Ja, und ja, das ist einfach, dann kann ich mich da schön ausstrecken. Und dann war der Zug von Marburg bis Hamburg, Darmtur. In einem Rutsch, da brauchte ich gar nichts machen. Und du bist ja mit dem Norden auch eng verbunden. Die ersten 20 Jahre warst du ja auch Burg, Flensburg. Guck mal, Flensburg, Hamburg, Marburg. Also es ist immer eine Burg dabei. Ja, ja, die Burgen. Obwohl ich gar, also die Flensburg habe ich eigentlich nie gesehen. Die gibt es auch schon lange nicht mehr. Es gibt eine Du-Burg, aber eine Flensburg ist, glaube ich, schon in mythischen Zeiten versunken. Du bist Politologe? Ja, das ist richtig. Und Publizist? Also ich habe Germanistik und Politikwissenschaft in Marburg, in der linken Kaderschmiede Marburg gelernt. Und du kommst aus der Batteriestraße? Genau. Batteriestraße 51 in Flensburg. In Flensburg. Das Haus gibt es auch nicht mehr. Alle Häuser, in denen ich früher gewohnt habe, sind abgerissen. Worauf deutet das hin, Herrmann? Das weiß ich nicht. Irgendein Zerstörungskarma, ja. Und du hast aber gesagt, daraus wurde dann irgendwie die Bakterienstraße. Ja, also man hat eben so auch seine Sprüche immer gehabt. Immer schon auch Sprachwitz und so weiter. Das gibt es ja heute auch nicht mehr so. Aber früher hat man alles verballhornt. Dann hat mein großer Bruder eben gesagt, ja, Bakterienstraße. Und ja, das war mitten eingebunden so im Industriegebiet. Da war eine Werft, Flensburger Schiffbaugesellschaft. Dann war da Kraftwerk, Gaswerk. Unser Garten wurde direkt beendet von zwei großen Gasmeilern. Und das wäre heute gar nicht mehr möglich, sowas. Und ja, da haben wir eine richtig schöne grüne Lunge da drin. 2000 Quadratmeter bestimmt. Gartenfläche. Mein Vater hatte einen grünen Finger. Wir haben alles immer gehabt. Also wunderbar. Und Ostsebad war nicht weit weg. Aber dieser Industrielärm und so weiter und der Dreck, das war schon heftig. Also war oben Arbeiter-Siedlung, Werft-Arbeiter-Siedlung. Also erstmal war ich auf der Volksschule vier Jahre. Das wurde früher noch ehrlicherweise Volksschule genannt. Ja, da war ich mit lauter rauen Arbeiterkindern dann zusammen. Als so ein bisschen verzerrtelter Werksdirektorensohn. Weil mein Vater war ja Leiter der Gas- und Wasserwerke, Beamter. Und ja, dann natürlich immer in den Pausenhöfen mit den Schülern, die sich da kloppen. Hau im Dote, hau im Dote. Rau, aber nicht herzlich. Und dann bin ich auf das alte Gymnasium gekommen. Das erste Gymnasium sozusagen. Und dann noch humanistischen Zweig. Altgriechisch. Ich wollte das. Musst du dir vorstellen. Wir haben alle gesagt, bist du bescheuert? Lern doch dann Französisch. Ja, also was Lebendiges hätte ich jetzt auch gemacht. Also habe ich auch gemacht. Ich habe mich dann auch entschieden für Französisch, weil es einfach die lebendigere Sprache war. Warum hast du dich für das andere entschieden? Ich fand das irgendwie faszinierend. Also so weit weg. Und ja, ich bin auch heute eigentlich froh darüber, weil ich so die ganzen etymologischen Wurzeln unserer ganzen Fremdwörter verstehe. Also die Etymologie ist, vielleicht mal kurz zur Erklärung, die Herkunft der Worte. Also wo kommen Worte her? Die Wurzelgeschichte der Worte, ja. Etymologisches Lexikon, da kann ich mich noch dran erinnern. Das hatte ich nämlich immer auf dem Gymnasium. Das war aber nicht so klug. Das Buch war nicht so klug, oder? Nee, das war völlig bescheuert. Also da stand für Ossi, dann irgendwie kommt von Aussi, von Australien. Und von daher wäre unser Wort Ossi abgeleitet. Das ist natürlich völliger Quatsch. War das vielleicht auch so ein bisschen so, um gegen den Strom zu schwimmen? Also nicht das zu machen, was die meisten anderen machen? Das stimmt. Also, klein Hermi war immer irgendwie so ein bisschen speziell drolliger Knopp und hat sich auch ein bisschen abgesondert. Und ja, geh doch mal raus, zieh dir kurze Hosen an, spiel mit den anderen Kindern. Ach nee, andere Kinder sind doof. Naja, irgendwie dann eher Karl May gelesen oder was weiß ich. Und ja, hab mir dann immer natürlich immer den Wunsch gehabt, was anderes zu machen wie die anderen. Das gegen den Strom schwimmen ist ja bis heute geblieben, kann man sagen. Das ist so geblieben. Also ich bin da auch wieder reingerutscht, dann aus Versehen sozusagen. Ein Freund hat mich da reingezerrt in die APO, in die 68er Bewegung. Da war ja aufregend. Gab es ein sozialistisches Zentrum. Die hatten eine Wohnung im Stadtzentrum gemietet und dann da so eine Kommune aufgemacht. Und da wurde ich dann reingezerrt und ich hatte alles natürlich gar nicht verstanden, was da überhaupt abgeht. Da war ich 13 oder 14. Ich muss kurz mal unterbrechen. Ja, Spock, herzlich willkommen erstmal. Hallo, guten Abend. Weil wir das Wort in letzter Zeit oft hören, APO. Aber es gibt kaum noch jemand, der das kennt, der nicht in unserem Alter ist. Kannst du das erklären? Natürlich kann ich das erklären. Außerparlamentarische Opposition. Also es war so, da war eine neue Generation herangewachsen, so 20, 30-Jährige, die ja nicht mehr aus der Not des Krieges herausgekommen waren. Die waren nicht damit beschäftigt sozusagen oder damit zufrieden, einfach wieder ein Haus zu haben und eine Wohnung und ein neues Auto und so weiter. Sondern ja, unsere Generation damals war eben dann schon so ein bisschen, ja wie soll man sagen, da hat man dann gesagt, nee, also wir arbeiten, um zu leben und die anderen leben, um zu arbeiten. Das war ja auch so eine Definition in der Pariser Revolte. Und ich habe da, aber ich bin da einfach erstmal so reingepoltert, habe nichts verstanden, alles so schön bunt hier, kann mich gar nicht entscheiden. Es war irgendwie aufregend und exotisch und hatten alle so bunte Klamotten an und haben sich alle so exaltiert aufgeführt und so. Naja, aber das Nachbereiten, was eigentlich da los war, worum es eigentlich ging, das hat dann Jahrzehnte gedauert und ist eigentlich bis heute nicht abgeschlossen sozusagen. Also da, wo jetzt Herbert Marcuse damals ein Philosoph, der aus Deutschland weg war, deutsch-jüdischer Philosoph, der dann in Berkeley in Kalifornien gelehrt hatte und der eigentlich sehr intelligent damals schon die ganzen Grundzüge, das was heute so aufgearbeitet wird, schon formuliert hat in seinem Buch Der eindimensionale Mensch. Was ist damit gemeint, eindimensionaler Mensch? Also ein Mensch, der nicht mehr bereit ist oder nicht mehr in der Lage ist, über seine jetzige Existenzform hinauszudenken, nicht zu transzendieren, nicht drüber zu gehen, in andere Möglichkeiten, in andere Optionen. Also Alternativlosigkeit. Genau, Alternativlosigkeit könnte man sagen. Er sagt die Leute, wir sind heutzutage in der Lage, es würde völlig ausreichen, wenn jeder Mensch vier Stunden am Tag arbeiten würde und das ungefähr drei Tage in der Woche und wir würden alles schaffen, was wir brauchen. Dennoch wird immer mehr sozusagen die Peitsche geschwungen und immer noch mehr aus den Leuten rausgeholt und diese Irrationalität, dieses Verrückte daran. Wobei das ja voraussetzt, dass, also Arbeit kann ja auch Spaß machen. Also ich mache meine Arbeit zum Beispiel gerne und also ich wäre ärgerlich, wenn mir jemand sagen würde, nur vier Stunden am Tag. Nein, nein, also das geht natürlich jetzt nur um entfremdete Arbeit. Also wenn jetzt Heinz, Herbert Willi jetzt schachtet mal da hinten da was aus, damit die Telefonkabel da gelegt werden können. Aber es ist eine fremdete Arbeit. Du machst eine Arbeit, wo du nicht selber jetzt irgendwie den Willen hast, das zu machen und machst das für andere einfach nur, um zu überleben, um nicht zu verhungern. Bei mir ist es auch anders. Aber es hat lange gedauert, bis ich endlich die Arbeit hatte, die mich wirklich glücklich macht. Wie lange hat das denn gedauert? Jahrzehnte. Du hast zwei Jahrzehnte da oben bei Flensburg gelebt und dann bist du direkt nach Marburg gegangen? Ich bin nach Marburg gegangen, habe da studiert, aber auch, weil nicht genug Geld da war, auch viel gearbeitet in Fabriken, Baustellen. Und ich finde das auch alles absolut in Ordnung, dass ich das gelernt habe, alle Schichten zu achten und zu sehen, dass dort bei diesen Leuten, die entfremdete Arbeit machen, dass da so viele Talente sind, so viele Hochbegabte und auch, du merkst, sie können es natürlich nicht anders artikulieren als durch einen hintergründigen Humor. Aber was du da manchmal hörst, da legst du dich auf den Boden. Das ist so scharfsinnig. Du siehst, die haben das total durchschaut und bringen das auf den Punkt. Und ich bin also wirklich stolz darauf, diese Szene auch kennengelernt zu haben. Oder hier Ofengießerei, Buderos, also alle Völkerschaften, Türken, Italiener, Portugiesen, alles arbeitete da zusammen und der war toll irgendwie. Ja, das kann man auch jedem jungen Menschen ja nur wünschen, das kennenzulernen. Also ich habe das auch gemacht. Ich habe auch in Fabriken gearbeitet. Ich habe teilweise in Hosenlagern gearbeitet. Da musste ich dann so Kommissionen zusammenstellen und habe dann einen ganzen Tag anhand von solchen Listen 300, 400 Einzelhosen rausgesucht. Die wurden dann als Kommission verschickt. Und ich habe mich dann immer gefragt, meine Güte nochmal, wenn ich das jetzt 30 Jahre oder 40 Jahre machen müsste, da muss man ja wirklich auch einen großen Respekt davor haben. Das ist eine Galerie, ja. Jemand diese, wie du es sagst, ich habe es mir aufgeschrieben, entfremdete Arbeit zu machen. Wobei ja auch da wieder die Frage, ich hatte gar nicht so sehr immer den Eindruck, dass die unglücklich damit sind. Nein, nein, nein. Also viele Leute finden das in Ordnung, sind damit durchaus zufrieden. Und man soll da auch jetzt nicht hingehen und sagen, hier, ach, du musst jetzt da unzufrieden sein. Das kommt immer ganz auf die Einzelpersonen an. Und klar, siehst du ja auch, dass Leute als Kellner oder als Bäckerverkäufer wirklich manchmal total gut drauf sind. Und das ist dann in Ordnung. Und ich sage mal nur, wenn man es muss, wenn man es einfach muss, weil man jetzt geheiratet hat und hat Kinder und so weiter und kann sich das jetzt auch gar nicht mehr aussuchen. Also ich, das war ja so grässlich in der Corona-Zeit. Entschuldigung, wenn ich da immer lache, man hat sich ja ausgesucht, zu heiraten, Kinder zu kriegen. Nee, ich meine jetzt nicht aussuchen, die arbeiten. Nein, nein, schon klar. Aber der Druck, der aufgebaut wurde. Niemand hat dich ja am Ende dazu gezwungen, zu heiraten und ein Haus zu bauen. Also könnte man jetzt auch von der Seite aus sehen. Es kommt ja immer drauf an, ob das immer so freiwillig ist. Aber das ist ja individuell unterschiedlich. Aber auf jeden Fall diese Alternativlosigkeit, dann irgendwie unbedingt Geld verdienen zu müssen und auch nicht aufzumucken in der Firma. Bei Corona, ich bin so glücklich, dass ich mein eigener Unternehmer bin sozusagen, meine Ein-Mann-Firma habe. Dein Verlag, ne? Genau, mein Verlag, wo ich meine eigenen Bücher herausbringe und damit auch diesen ganzen Terz mit dem bescheuerten Lektorat da mehr einspare und trotzdem Erfolg habe. Offenkundig braucht man diese Leute nicht unbedingt. Aber egal. Ja, jedenfalls in der Zeit Corona, ich war so glücklich, weil da war nichts mit irgendwelchen Druck, irgendwelchen Hackordnungen, irgendwelchen Gereiztheiten. Das muss ja furchtbar gewesen sein. Also mein Mitgefühl gehört wirklich den Leuten, die in so einer Galerie dann drinstecken und diesen Kollektivwahnsinn dann noch über sich ergehen lassen müssen. Ich möchte gerne nochmal auf einen Punkt kurz kommen. Das meintest du eben, dieses, also du bist, ab welchem Punkt hast du dich gefunden? Also da waren wir jetzt so ein bisschen von ab... Ja, ja, genau. Also ab welchem Punkt wusstest du? Wusstest du es ab dem Punkt Studium? Nein, also später erst, oder? Ja, ja, also das Studium habe ich dann relativ spät erst abgeschlossen, nachdem ich eben viel Zeit auch so an der Seite der Arbeiterklasse zugebracht habe. Ja, das ist, aber habe ich gut abgeschlossen und ja, dann bin ich ins journalistische Fach gegangen. Also das ergab sich einfach so. Ich hatte dann auch mal so eine exzessive Fotografierphase. Das war damals noch schwarz-weiß, habe ich Fotos selber entwickelt und so weiter. Aufregendes Erlebnis. Auf so einer Dunkelkammer mit den Chemikalien da hantiert und... Das ist aufregend, wenn das da so rauskommt und dann guckst du, aha, nee, ist noch zu schlapp, nimmst du Gradation 6, dann haut es hin. Das sind zwar die Einzelheiten nicht so gut, aber insgesamt kommt es knackiger. Und ich habe dann exzessiv Konzerte fotografiert und da gab es eine, ja, Punkband, glaube ich, EA80 aus dem Ruhrgebiet. Eine Kultband. Die haben nie Werbung gemacht, aber es hat sich umgesprochen, dass sie irgendwo sind und der Laden war voll. Die waren dann auch in Marburg und dann habe ich da fotografiert und fotografiert und dann dachte ich, ich will das aber jetzt auch mal verdammt nochmal in der Zeitung sehen. Und dann habe ich dazu eine Rezension geschrieben, habe sie dem Chefredakteur von dem Alternativen Blättchen da auf den Tisch gelegt. Er war nicht da und dann hat er angerufen und gesagt, ja, ob ich nicht noch mehr Sachen machen will und sie würden es natürlich selbstverständlich bringen. Und so ging es los. Plopper, plopper, Shootingstar der Saison. Dann hatte ich, dann hatte ich, war gerade die Geschichte mit Justus Franz damals, dieser große Skandal. Justus Franz hatte Schleswig-Holstein-Festival. Musikfestival Schleswig-Holstein, was war da? Ich erinnere es ganz dunkel, aber ich könnte es jetzt nicht mehr so nennen. Da war ein Skandal und zwar, der schleswig-holsteinische Finanzminister hatte dann behauptet, dass Justus Franz da irgendwie Unregelmäßigkeiten gemacht hätte. Und da gab es eine riesen Aufregung. Schleswig-Holstein war gespalten oder eigentlich die meisten waren auf der Seite von Justus Franz. Und ja, jetzt verrate ich, wer dieser Finanzminister war, Peer Steinbrück. Ja, ja, ja. Und naja, und den habe ich dann interviewt. Das war auch ein tolles Interview und so ging es weiter. Und ich habe dann, irgendwann gab es ein lokales Radio, nicht kommerzielles, war dann erlaubt. Und gehörte ich mit zu den zehn Gründervätern und habe das dann, habe dann auch alles gemacht. Von Technik habe ich weniger gemacht, aber Features, Interviews, Musiksendungen. Meine regelmäßige Musikerz-Sendung hieß Musik für Erwachsene. Da hatte ich so Mischungen gemacht aus allem Möglichen, so hintereinander weg. Mal ein klassisches Stück und dann mal ein Punk-Stück oder sonst was so. Einfach, um mal so zu zeigen, im Grunde, ja, es ist irgendwie alles so eine große Musikfamilie. Bist du dir denn da immer treu geblieben mit deinem, du schwimmst gegen den Strom oder du hast eine andere Meinung? Und auch in solchen Interviews wie mit Peer Steinbrück bist du da besonders, ich sage mal, bissig gewesen? Also nicht Steinbrück, sondern sein Opfer, Justus Franz. Achso, du hast Justus Franz. Das klang ebenso, als hättest du Steinbrück interpretiert. Nee, nee, also ich glaube, das ist auch nicht so interessant. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Hilf mir auf die Sprünge. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Die Frage, die sich für mich gerade daraus ergeben hat, ist, ob du schon immer so bissig warst und immer gegen den Strom, ob du das durchgezogen hast bei all dem, was du getan hast. Ich habe dann noch Kunstausstellungen mit Avantgarde-Künstlern gemacht und so. Und das hatte zur Folge, die erste Ausgabe meiner Sendung Musik für Erwachsene wurde dann auch von der oberhessischen Presse, also der Monopolzeitung, da rezensiert. Und zwar Hermann Plopper, der stadtbekannte Exzentriker. Okay, damals war man noch Exzentriker, heute ist man Aluträger oder Verschwörungstheoretiker. Wobei damals das nicht so aggressiv gemeint war, sondern einfach so als persönliche Marotte oder so. Ja klar, ich habe dann auch eben Kunstaktionen gemacht und so weiter. Und ja, aber ich sage mal, dann hatte ich eben auch die Erfahrung mit dem Lokalradio. Eine der rührendsten Erlebnisse war, ich hatte eine Rembettiko-Gruppe live im Studio. Also Rembettis sind Griechen Heimatvertriebene, wie die Ostpreußen, die halt von Kleinasien vertrieben wurden in den 20er Jahren schon nach dem türkisch-griechischen Krieg in die Türkei. Und das war immer da auch ein bisschen so ein Fremdkörper, die Rembettis. Und naja, diese Rembettiko-Band, also hier der Theodorakis, hat ja im Prinzip mit Sorbas und so weiter dieser Kultur ein Denkmal gesetzt. Die spielten da an einem Sonntagvormittag bei mir im Studio. Und danach kam die türkische Redaktion rein, die ich auch betreut habe. Und ja, dann haben die Türken dasselbe Lied auf türkisch gesungen und die Griechen auf griechisch. Und das war sehr rührend. Da kommen einem die Tränen dann noch im Nachhinein. Oder ab welchem Zeitpunkt war für dich klar, du hast gesagt, du bist dann immer auch mehr in das Journalistische rein. Ja. Und hast viel publiziert, hast Sendungen gemacht, all das. Ab welchem Zeitpunkt war dir klar oder gab es da so einen bestimmten Moment, wo du gedacht hast, hier stimmt irgendwas nicht mit unserer Demokratie, mit unserer Freiheit. Also ich will so ein bisschen die Brücke bauen zu deinem Buch, die Macher hinter den Kulissen. Also wo setzte das ein, dass du dann ja eben eine sehr konsequente und deutliche Elitenkritik auch angefangen hast und das System sehr stark hinterfragt hast? Ja, das habe ich ja nur die ganze Zeit seit 68, bin ich mir eigentlich immer treu geblieben. Bin auch immer mal politisch aktiv gewesen. Ich war auch mal Karteileiche bei den Grünen von 83 bis 87, als sie noch progressiv waren. Und dann wieder nicht. Also immer so Phasen, wo ich eher unpolitisch war und dann Phasen, wo ich wieder politisch war. Aber eigentlich immer so aus einer oppositionellen Richtung heraus. Also dass ich das nicht in Ordnung fand, den Imperialismus, Vietnamkrieg und so weiter. Oder die Art und Weise, wie die Nazi-Verbrechen aufgearbeitet wurden, nämlich gar nicht. Und dass dieselben Schweine dann wieder mächtig waren in der Bundesrepublik und so weiter. Und diese ganze Skepsis hatte ich ja im Hinterkopf. Der Unterschied ist der, viele Linke, auch Altlinke haben das natürlich auch gehabt. Nur es gab dann bei manchen Leuten so eine Schraube im Kopf, so eine Verschwörungstheorie. Das war schon immer so ein Begriff, wo dann einige Leute zurückgeschreckt sind. Und das war also... Gut, der wurde ja auch damals mit dem Kennedy-Attentat eingeführt, dieser Begriff Verschwörungstheoretiker. Genau, das hat die FBI, glaube ich, oder CIA erfunden, um eben da diese Ungereimtheiten der Warren-Kommission, die ja die Kennedy-Morde untersuchten sollte und die das eher vertuscht haben, das sollte diese Widersprüche im Warren-Bericht dann irgendwo zukleistern. Und dabei hat ein Journalist, den Alan Dulles, gefragt, der da mit in diesem Ausschuss drin war. Sagen Sie mal, Herr Dulles, wie leben Sie denn damit, dass da so viele Widersprüche in Ihrem Bericht sind? Oh, don't worry, the Americans don't read. Das heißt, man hat schon damals sich darauf verlassen, dass eigentlich in der Bevölkerung keiner richtig danach hakt. Und jedenfalls die Verschwörungstheorie in dem Falle war immer noch, dass es hinter diesen Parteien, die vom Volk gewählt sind, im Bundestag, und der Bundestag wählt dann die Regierung, setzt den Volkswillen um. Und wir haben ja alle mal geglaubt, ah, wenn jetzt die SPD an die Macht kommt, dann wird alles besser. Und, ah, jetzt hat die CDU wieder gewonnen. Und das waren ja wirklich Familiendramen. Man hat ja damals noch mitgezittert in der Wahlnacht. Und ja, nur, das ist aus einer ganz konkreten Erfahrung heraus. Wie gesagt, ich war karteileiche bei den Grünen, als sie noch progressiv waren, bis Joschka Fischer dann da in die Regierung Börner eingetreten ist und ertsichtlich war, dass er da überhaupt nichts zu melden hatte. Und ja, dann gab es ja von Schröder diese Agenda 2010 mit Hartz IV und was weiß ich alles. Und wir waren ja alle entsetzt, als eigentlich so SPD, im weitesten Sinne doch irgendwie zum SPD-Lager gehörig, waren wir schwerstens irritiert, dass der jetzt da Sachen machen will, die man eigentlich eher von der CDU erwartet. Und da ist halt, er hat Äppler noch umgekippt und gesagt, ja, wir müssen es jetzt machen. Und dann gab es nur Albrecht Müller mit seinem Buch Die Reformlüge. Wir waren so dankbar, so dankbar, dass ein SPD-Mann da mal widerspricht endlich und dass das in 40 Reformlügen allgemein verständlich darlegt. Und dann gab es die Partei WSG, Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, wo eben linke Gewerkschaftler und SPD-Leute dann versucht haben, neue Partei zu machen. Oskar Lafontaine war da drin, ne? Ja, ich komme... Hat der die mitgegründet? Nee, natürlich nicht. Der hat sich nur reingesetzt. Da komme ich noch zu. Also der Gestalt. Ich habe dann erkannt, irgendwann ging es nämlich los, als Schröder seine Nordrhein-Westfalen-Landtagswahl vergeigt hatte und diese SPD-Hochburg Nordrhein-Westfalen an die CDU ging. Mit Rüttgers, glaube ich. Am nächsten Tag, also dann hat er gesagt, wir ziehen jetzt die Bundestagswahl um ein Jahr vor. Am nächsten Tag ging das los. Damals hatten wir ja noch keine sozialen Netze, aber wir hatten E-Mail. Dann ging das los, ging das rum. Wir müssen sofort Verhandlungen mit der PDS aufnehmen, um für die nächste Wahl dann auch wirklich einen Fraktionsstatus zu haben, um dann die Agenda 2010 abzuschaffen. Und dann, ich war völlig platt, wieso das denn? Da hätte ich doch in der PDS jetzt schon seit 17 Jahren damals mitarbeiten können. Was soll denn das? Und das kam mir sehr, sehr wenig koscher vor, das Ganze. Und ja, mein Landesvorsitzender... Das heißt, um da einmal ganz kurz, du hast das System, auch dieses Parteien-System, immer mehr auch so in Frage gestellt. Ja, ja. Und dich gefragt, wie kann das sein, das... Nee, es war so, dann haben wir eben, dann sind Leute abgesprungen aus... Ein klecklicher Teil, ein Viertel mindestens von der WSG, wollte nicht definitiv zwangsverschmolzen werden mit der PDS. Das war nämlich jetzt der Hintergrund. Die PDS war jetzt, das haben wir gemerkt irgendwie, das war ein Deal mit den Mächtigen. Die PDS sollte jetzt ihre ersehnte Westerweiterung bekommen. Und dazu hatte man diese WSG quasi aus der Taufe gehoben, um irgendwann die beiden Stränge zusammenzuführen. Und das habe ich dann anhand von Dokumenten der Rosa-Luxemburg-Stiftung dann auch nachweisen können. Seitdem bin ich dann natürlich nicht so gut angeschrieben. Dann sind die Leute ausgestiegen, die das nicht wollten und haben dann noch mal versucht, eine eigene Partei aufzumachen. Und da ergab sich jetzt die Situation, dass die dann wirklich glaubten, wenn sie jetzt ins Parlament kommen, dann würde sich da aber gewaltig was ändern. Und ich sage, Kinders, dann habe ich da schon mal für die so ein Papier geschrieben, PDF-Datei. Die Macher hinter Kulissen hieß schon genauso. Und habe denen mal reinen Wein eingeschenkt. Leute, das Essen wird woanders gekocht. Also das heißt, das war dann auch so deine Erfahrung, die du mit den Grünen hattest wahrscheinlich. Aber mehr mit der WSG. Okay. Gut, du hast das jetzt ein bisschen abgeblockt. Also was ich da erlebt habe, dann mit Oskar Lafontaine und Katja Kipping und so weiter. Das auf jeden Fall alles machte für mich deutlich, dass es irgendwie arrangiert, auch wie der letzte Parteitag der WSG war. Der war so dermaßen durchorchestriert von vorne bis hinten. Da wurde nichts im Zufall überlassen, damit der Beschluss rauskommt, wir kriechen jetzt bei der PDS unter. Und da habe ich das so richtig gemerkt, wie arrangiert das alles ist, wie orchestriert. Und dann habe ich das wie gesagt, wir wollten eine neue Partei machen, Frieden und soziale Gerechtigkeit. Und ich habe gesagt, Leute, macht euch doch nichts vor. Das Essen wird woanders gekocht. Die Politiker sind nur die Kellner. Wir können so viele Parteien gründen, wie wir wollen. Dadurch wird sich nichts ändern. Also Parteien machen insofern Sinn, dass man eben die Ressourcen, die einem vom Gesetz gegeben sind, wissenschaftlicher Dienst und Mitarbeiter, vom Staat bezahlt und so weiter nutzen kann, um die eigenen Erkenntnisfortschritte voranzubringen. Und auch überhaupt, wenn man im Parlament ist, mit anderen Abgeordneten so vorzufühlen, wie es so ist, ob man irgendwie einen kleinen Wechsel da zustande kriegt oder nicht. Weil es gibt ja vernünftige Leute überall, ob in der CSU oder in der AfD oder in der Linkspartei, gibt es überall natürlich vereinzelt auch vernünftige Leute. Und auf jeden Fall habe ich dann den Leuten gesagt, also ich sage euch jetzt mal hier, wer hier wirklich das Essen kocht. Und dann habe ich das aufgezählt. Es sind transatlantische Netzwerkorganisationen und auf der anderen Seite das, was man fälschlich neoliberal nennt, marktradikale Netzwerke, Stiftungen. Schröder hat da eine enorme Explosion der Stiftungen durch neue Gesetze geschaffen. Und ich sage mal, wer regiert unsere Sozial- und Gesundheitspolitik? Die Bertelsmann Stiftung. Und das noch in schöner Zusammenarbeit, Kooperation mit dem kommerziellen Zweig von Bertelsmann. Das sind Dinge, die ich da dargelegt habe. Kannst du mal konkret, also Bertelsmann ist schon konkret, aber kannst du noch mal konkreter werden für all diejenigen, die sagen, das kann doch gar nicht sein. Also weil für viele, also das ist meine Wahrnehmung, ist immer noch so, wenn man damit kommt und sagt, also das ist gar keine richtige Demokratie, sondern eine Scheindemokratie oder keine Ahnung welchen Begriff man dafür ist. Ja, Fassadendemokratie, da gibt es ja viele Begriffe für. Dann wird man immer noch ungläubig nicht ausgelacht, aber zumindest nicht ernst genommen. Und vielleicht kannst du noch mal konkret darlegen, wo und wie so eine Einflussnahme über so eine Stiftung in die Politik erfolgt. Ganz konkret, die Agenda 2010 von Schröder und Fischer ist eins zu eins aus einem Papier der Bertelsmann Stiftung übernommen. Die ganze Neudefinition öffentlicher Behörden als Dienstleistungsfirmen, seitdem heißt es ja Agentur für Arbeit statt Arbeitsamt, weil es jetzt eben ein Unternehmen ist und seitdem werden auch alle Sozialeinrichtungen irgendwie nach dem Profitprinzip geführt und öffentlich-rechtliche oder karitative Organisationen als GmbH. Und auch wenn sie noch nicht, da wird dann schon sozusagen das ökonomische Denken eingeführt. Und natürlich bei Krankenhäusern ist es ja offensichtlich. Und zum Beispiel hat Bertelsmann auch die Fusion des Gießener Uniklinikums und des Marburger Klinikums vorweg gestaltet, konzipiert, weil Gießen machte rote Zahlen, Marburg schwarze Zahlen und damit das zusammengeht und das ungefähr bei Null anfängt, damit das dann privatisiert werden kann. So haben wir die erste privatisierte Uniklinik-Konglomeration Marburg-Gießen, damals gekauft vom Rhön-Klinikum für ein Appel und Ei für 110 Millionen. Damals nebenbei einer der Aufsichtsräte vom Rhön-Klinikum war ein gewisser Karl Lauterbach. Den kennen wir ja irgendwo anders. Ja, ja, den kennen wir. Und jedenfalls, das war ein ganz konkrete Einflussname. Also es ist mittlerweile so, dass in den Ministerien schon Leute sitzen, die von der Deutschen Bank bezahlt werden, aber den Status eines Staatssekretärs haben. Und das hat Peer Steinbrück eingebracht, die nach oben genannte Peer Steinbrück als Bundesfinanzminister. Und ja, das ist das eine. Zum anderen, das ist in den USA und England schon lange so. Da gibt es eben Denkfabriken wie den Council on Foreign Relations. Das würde ich sagen, ist das Zentralhirn der westlichen Wertegemeinschaft, der westlichen Netzwerk-Allianzen und in Chatham House in England. Das war ursprünglich eine Sache, wo es darum ging, Außenpolitik im Sinne der Hochfinanz zu konzipieren. Sehr intelligente Leute, Kissinger, Walter Lippmann oder Brzezinski, abgesehen von ihren charakterlichen Defiziten, sind also mit Sicherheit Turbo-Intellektuelle, mit einer großen Schlauheit. Und ja, so langsam gab es dann immer mehr Filiationen. Nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gab es dann die Atlantikbrücke und die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und wenn du jetzt Deutschlandfunk hörst, so Mittagsmagazin politisches, wen haben wir am Telefon? Herrn So und So von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und jetzt begrüßen wir noch Herrn So und So von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Es hört sich ja alles. Oder ein Amerikaner am Telefon vom Espen-Institut. Die Leute wissen natürlich nichts davon, aber das sind halt die, auch Young Leaders. Young Global Leaders. Nee, Young Global Leaders ist jetzt Schwab und sein WEF. Aber das gab es schon lange bei der Atlantikbrücke. Und da wurden eigentlich schon seit den 70er Jahren auch Leute wie Willy Brandt, die ganze SPD-Elite, alles wurde da quasi in der Atlantikbrücke hochgezogen. Und das bedeutet ja, also man wird ja nicht Mitglied da, sondern man wird herangezogen, kooptiert, wie das da heißt, eingeladen. Und dann wird geguckt, kann er vorsingen. Und dann guckt man, passt er ins Orchester oder passt er nicht rein? Und ja, dann gibt es eben, wie bei Frau Baerbock dann, ja, Auslandsstudium in den USA oder Austauschschüler. Und damit fängt das schon an. Fulbright-Stipendium und so weiter. Oder German Martial Fund of the US. Und das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich genau der Punkt, an dem die Medien kritisieren müssen, was sie aber nicht tun, weil sie eben denen auch gehören, die das betreiben. Die sind ja auch komplett dort. Also es gibt ja auch eine Doktorarbeit, eine wissenschaftliche Arbeit von Uwe Krüger von der Universität Leipzig, der das also einwandfrei nachweist für vier Turbo-Intellektuelle. Es ist nicht jeder jetzt da, nicht jeder Schreiberling da ist jetzt Mitglied der Atlantikbrücke. Aber die großen Alpha-Journalisten und die geben ja die Leitlinie vor. Ja, Josef Joffe oder Frankenberger oder, fällt mir jetzt gerade nicht ein, vier Leute hat er da und dann macht er eine Netzwerkanalyse und dann zeigt er, dass die in diesen ganzen einschlägigen Netzwerkorganisationen drin sind, zusätzlich noch in Münchner Sicherheitskonferenz. Wobei, das ist ja immer die große Frage. Also die, die im Raum steht, ist klar, es gibt Menschen, die das vorgeben und gerne so hätten, aber es muss ja immer ganz viele geben, die es auch mitmachen. Warum machen es so viele mit? Siehe oben, auf der Galere, muss man mitschwemmen. Das sieht es jetzt gerade wieder bei der Bild-Zeitung. Da ist ja jetzt gerade das Führungspersonal komplett ausgetauscht worden. Also ganz, also man war wirklich überrascht. Von heute auf gestern und ist da so eine Frau, die aussieht wie ein Vielmann-Werbung und guckt mit stählerner Härte in die Kamera und ja, was da wieder hinter den Kulissen beschlossen wurde, wir werden es an den Ergebnissen dann erkennen, ob es daran lag, dass da vielleicht zu viel kritisches Potenzial drin war, das glaube ich nicht mal, aber irgendeinen Grund wird es ja haben. Auf jeden Fall, das ist natürlich überhaupt nicht transparent für die Leute. Das ist ja auch so, da hat ja auch, glaube ich, Herr von Rossum schon drüber gesprochen, das Freie Freie, nicht wahr? Frei heißt das, also ein Euphemismus Sondershausen. Also da arbeiten Leute bei öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ohne einen Arbeitsvertrag, ohne die rechtlichen Möglichkeiten einer formellen Arbeit, können immer rausgeschmissen werden und dann gibt es noch die Freien, die haben überhaupt keine Rechte und damit setzt sich das zusammen und du hast natürlich, wenn du dann davon leben willst, dann musst du dann natürlich dich total nach der Decke strecken. Ja gut, aber es ist immer wieder auch ein Stück weit die Moral des Einzelnen, also mitzugehen oder eben nicht mitzugehen. Ich meine, du bist ja auch nicht mitgegangen, du hättest ja wahrscheinlich auch sagen können, ich gehe so einen ganz klassischen Weg und mache irgendwie, keine Ahnung, also du hast dein... Privatradio und dann zum öffentlich-rechtlichen zum Beispiel. Ja genau, und du bist ja auch irgendwie beim gegen den Strom schwimmen geblieben und hast nicht den bequemsten Weg genommen. Darauf wollte ich hinaus. Also warum, also es ist immer auch die Entscheidung desjenigen mitzumachen. Also ich sage mal so, das ist auch ein bisschen zeitbedingt. Als ich damit anfing, gab es überhaupt keine andere Alternative, gab es nur Mainstream. Und man hat dann ja auch gedacht, ja irgendwo kriegst du ja auch deine Nische da zustande. Aber mittlerweile gibt es, hat ja dieses System, das wurde immer rigider, immer intoleranter und hat immer mehr Leute ausgespuckt. Und die haben sich dann ja zum Teil, wie Ken Jebsen, dann selbstständig gemacht. und siehe da, mit dem Aufstieg der ganzen sozialen Medien und YouTube, den ganzen Möglichkeiten, jeder kann sich ja jetzt zu Hause hinsetzen, kann selber eine Fernsehsendung machen. Ja, Bürgerjournalismus. Das heißt, das war ja früher gar nicht möglich und dass man auch davon eventuell leben kann, wenn man es gut genug macht. Also das ist, das gab es ja gar nicht, die Option früher. Aber die Option, darauf will ich hinaus, ist nur entstanden, weil es eben Menschen gab, die gesagt haben, ich gründe jetzt ein eigenes Portal und lass mich da auch erstmal irgendwie in einem heftigen Gegenwind bespucken und beschimpfen. Das muss aber auch funktionieren. Also das war früher noch nicht so einfach. Also gab noch nicht so viele Leute, die YouTube geguckt haben und also der Markt hat sich ja drastisch vergrößert, dann noch mit den Handys, mit den Smartphones, wo die Leute dann noch im Auto einen Podcast hören, also eine aufgezeichnete Tonaufnahme. Aber nochmal, Herr Mann, worauf ich hinaus möchte, wo entsteht im Menschen diese Entscheidung, diese moralische Entscheidung zu sagen, ich mache da nicht mit? Ui, 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 das ist ja natürlich eine oder minder Zufallslotterie. Das kann sein aus irgendeiner Sozialisation. Bei mir könnte es zum Beispiel vielleicht an so einem gewissen lutheranischen Moralismus, den wir zu Hause gepflegt haben, sich speisen. Also üb immer Treu und Redlichkeit und ehrlich werd am längsten und so weiter. Und wenn du dann merkst, das ist in der Wirklichkeit, schon gar in der Erwerbswirklichkeit so gar nicht durchführbar, dann entsteht natürlich schon mal so ein Kontrasterlebnis und dann denkt man sich ja, wie kann man das dann eben durchziehen? Und ich habe es wirklich vorgezogen, dann lieber arm zu bleiben, eine ganze Zeit lang arm zu bleiben, aber mir irgendwie in den Spiegel gucken zu können. Denn ich sage mal, auch für dieses nicht kommerzielle Lokalradio oder für die Beiträge für die Stadtzeitung gab es ja nichts, wovon man hätte leben können jetzt. Also man musste immer noch gucken. Zeitlang habe ich immer noch stundenweise Umzüge gemacht und alles Mögliche. Aber ich habe jetzt wirklich nicht dann gesagt, also ich kriege da jetzt unter irgendwo und sage irgendwas, was ich gar nicht glaube oder wo ich mich für schämen müsste. Die Bedingungen sind besser geworden. Und heute kann ich ganz gut damit leben oder davon leben. Ja gut, und das ist auch gut so. Also das soll auch so sein, weil das wäre ja, oder das ist ja auch die Voraussetzung, dass immer mehr Menschen sagen können, wir machen da nicht mit, weil irgendwo von musst du ja leben. Jeder von uns muss davon leben. Alles, das sage ich ja auch immer wieder in die Community, also alles, das Studio muss bezahlt werden. Die Technik, die Mitarbeiter, die hier sitzen, ich. Also es geht nicht ohne, der Gast. Reisekosten. Aber der Gast kriegt ja nichts. Na ja, Reisekosten, Hotel, weißt du, da kommt ja eins zum anderen und das muss ja irgendwo herkommen. Ja, das muss irgendwo herkommen. Und ja, ich denke, die Rahmenbedingungen haben sich drastisch verbessert für uns Freiflieger. Ja, es geht drastisch verbessert. Verbessert auf der einen Seite und auf der anderen Seite braucht man halt eine gewisse Stabilität, um mit diesem Gegenwind auch umgehen zu können. Ja, in dem Moment, wo es Restriktionen gibt, wie bei einigen Freunden, die da eben auch jetzt geostrategisch im Moment ein bisschen verquerarbeiten, wo dann das Konto regelmäßig gesperrt wird und so etwas. Das ist nicht lustig. Ja, oder wenn die dann sogar auf eine ukrainische Tötungsliste kommen oder sonst was. Also ja, aber insgesamt muss ich auch was sagen. Es gibt ja viel mehr Leute und was ich auch sehr erfreulich finde, es gibt sehr viele junge Leute und auch Jungs und Mädels aus der Migrantenszene, also Türken der zweiten Generation, Russen, was es alles so gibt, Griechen und so, die interessante Sendungen machen, die als Rapper angefangen haben und jetzt also echt saugute Sendungen machen und sehr, sehr bewusst und die haben ganz andere Umsätze noch als wir. Also es ist der Hammer. Da gibt es eine junge Frau, die da wirklich ganz witzige Fragen stellt und die irgendwelche Texte zerlegt und die hat auch das Zigfache von unseren hier Klickzahlen. Also es tut sich unglaublich was und ich sage mal, die Leute, die vielleicht hier wirklich das Deutschland zum Rocken bringen, die kennen wir vielleicht noch gar nicht. Aber es ist ein sehr spannender Augenblick. Ja, der große Wandel, alles wandelt sich gerade, das Alte bricht weg, das Neue entsteht und jeder ist dazu eingeladen, bei dem Neuen auch mitzuwirken und mitzuhelfen. Ich glaube, anders geht es gar nicht, weil wir sonst immer wieder in die gleiche Struktur reinrutschen. Wenn wir immer wieder auf den Retter warten, dann wird es immer wieder so sein, dass Macht missbraucht wird. Am Ende geht es nur über die Graswurzelbewegung und auch, dass jeder Einzelne in eine Eigenverantwortung, Selbstbestimmung geht. Also wir sind ja auch Hänsel und Gretel. Wir sind ja von unseren Eltern, von den Eliten verlassen worden, alleingelassen worden und müssen jetzt mit den Bröckchen da den Weg finden. Das ist ja auch unsere große Chance. Die Eliten sind so weit abgehoben und weg von uns. Mein Heinz Erhard ist mit seiner Familie noch mit VW Käfer durch die Gegend gefahren. Jetzt macht doch keiner mehr einen Finger krumm, wenn er nicht eine Million dafür kriegt. Und völlig abgehoben. Und ja, die kümmern sich ja auch nicht mehr um uns. Das heißt, wir sind dazu verdonnert, uns neu zu definieren, neu zu regenerieren. Und das ist doch sehr aufregend. Das ist doch spannend. Ja, und das wird ja auch immer absurder. Also Spock und ich reden da ja ganz oft darüber, also diese Absurditäten da draußen. Also man könnte jetzt viele Beispiele nennen. Ich nenne mal ein aktuelles Beispiel, weil ich dazu auch eine Frage habe. Da haben Spock und ich uns auch im Vorwege der Sendung drüber unterhalten. Nord Stream 2. Ja, also da ist dann plötzlich ein Symer Hirsch, der sagt, also das ist von den Amerikanern möglicherweise gesprengt worden. Alle sind empört und sagen, um Gottes Willen, dass, also gerade eine Szene gesehen, es war ein Video, was viral ging im Bundestag. Da hat jemand gesagt, ein Politiker, ich glaube, war von der CSU, der gesagt hat, er ist an der Aufklärung nicht interessiert. Ja, und dann fragte jemand nach, meinen Sie das ernst? Und ja, ich bin an der Aufklärung nicht interessiert. Und dann denke ich so wie, also ja, und dann genau, im ersten Moment, hä, das gibt es doch jetzt nicht. Also das kann doch nicht sein, weil ich meine, welche Konsequenzen das gerade hat, das sehen wir ja alle an unseren Gasrechnungen und Stromrechnungen und so weiter und so fort. Das heißt, das hat ja eine Auswirkung auf jeden Einzelnen und ich bin davon überzeugt, würde man jetzt hier durch die Fußgängerzone in Hamburg-Mönkeberg-Straße laufen mit dem Mikrofon und fragen, sind Sie daran interessiert, wer es wirklich war? Wäre ein großer Teil, der sagen würde, ja, möchten wir gerne wissen. So, ja, ist ja verstanden. So, und jetzt ist aber die Frage und das ist die Frage, die ich im Vorhinein hatte und die möchte ich jetzt gerne einem Politologen stellen. Sagen wir mal, es wäre jetzt die Mainstream-Meinung, das waren die Amerikaner. Ja, jetzt mal ohne das weiter zu bewerten oder zu untersuchen. Das waren die Amerikaner. Was wäre denn dann die Konsequenz daraus? Naja, raus aus der NATO, NATO raus und natürlich irgendwie jetzt Strafverfolgung der Täter. Und ich glaube, das ist genau der Grund, das ist halt genau der Grund, also damit will ich es nicht rechtfertigen, würde ich nicht falsch verstehen, aber warum es so unterdrückt wird, weil es, weil man sich das auch gar nicht vorstellen kann, etwas gegen diese übermächtigen Amerikaner zu machen. Ja, man hat ja gesehen, was sie anstellen und wieso uns hier natürlich trockenlegen könnten. Aber mit jedem Tag, den diese Regierung da rumwütet, wird unsere Situation verfahrender und auswegloser. Wir waren, also Frau Merkel war ja, wenn man im Rückblick guckt, gar nicht so schlecht. Die hat tatsächlich diese Seidenstraßen-Option offen gehalten, genau wie die englische Premierministerin Theresa May. Die haben beide in die Bank for Asiatik Infrastructure, naja gut, also die AIIB, eine Bank, so chinesisches Gegenstück zum IWF, hat sie eingezahlt. Und mit 1,2 Milliarden, um an diesem Zukunftsgeschäft teilzuhaben. Es gab dann eine Zeit, so 2016, 17, da sah es danach aus, als wenn Deutschland sich also da total gut reinfügen würde in diese neue Option. Und ja, jetzt haben wir das Gegenteil. Jetzt wird gegen China gestänkert und obwohl es unser wichtigster Wirtschaftspartner ist, sollen wir uns da völlig von loslösen und dann wird da gezündelt in Taiwan und so weiter, auch von deutscher Seite her. Es ist ein glatter Selbstmord, was da gerade läuft. Und ich sag mal, wir waren schon mal weiter. Und das ist zum Beispiel auch Thema meines Buches Der Griff nach Eurasien. Dieses hier. Genau. Dass es schon etliche Versuche gab unter Adenauer, unter Erhard, unter Kohl aus diesem Zangengriff der USA rauszukommen und sich offen zu machen für Bündnisse mit Frankreich, mit Sowjetunion, mit Russland. Und ich sag mal, das ist jetzt die erste Regierung, die sämtliche Kanäle gekappt haben. Alle vorher, bei aller noch so aggressiven Kalte Kriegs Rhetorik haben immer auch ihre Diplomaten gehabt, ihre Meisterdiplomaten. Adenauer hatte seinen Hans Kroll, der dann in Moskau mit Khrushchev gut konnte. Und die haben sich dann immer informell getroffen, ausgetauscht und so weiter. Adenauer hat über den Kanal immer direkten Draht nach Moskau. Wir haben jetzt sowas nicht mehr. Der Scholz hat es noch am Anfang gemacht. Der hat noch immer bei Putin angerufen. Ich glaube, den haben sie jetzt so weit zusammen gestaucht, dass er das auch nicht mehr macht. Aber das gehört eigentlich dazu. Also selbst wenn man nach außen noch so sehr mit den Säbeln rasselt, ist eigentlich immer klar gewesen, dass man einen informellen Kanal zu der anderen Seite immer aufrechterhält. Und das ist glaube ich das erste Mal, dass es gekappt ist. Was wäre denn, wenn es möglich wäre, wenn Deutschland zum Beispiel jetzt mit Russland enger zusammen und kooperieren würde? Was also vielleicht mal für all diejenigen, die sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt haben? Was würde das denn für die Amerikaner bedeuten? Ja, das wäre natürlich für die Amerikaner sehr unangenehm, weil mit Deutschland dann ein ernstzunehmender Mitbewerber auf dem Weltmarkt entstehen würde. Er war ja. Wir hatten ja von Russland für ein Apfel und Ei Gas und Öl bekommen. Und das hat doch überhaupt nur den Wettbewerbsvorteil der deutschen Wirtschaft gebracht und dass Deutschland Exportweltmeister war lange Zeit. Und da sägen die sich mal eben die eigenen Beine ab. Also irre. Das hat für die Amerikaner Konsequenzen gehabt. Die haben daraus sozusagen wiederum Konsequenzen gezogen, denn sie jetzt da diese Schlagader gekappt haben. Wo führt uns das hin? Deiner Analyse nach? Was jetzt genau? Naja, dass wir also diese Verbindungen komplett gekappt haben und jetzt heißt, dass wir Brennstoff sind in dem geplanten Krieg gegen Russland. Also ich habe das in der Griff nach Eurasien ja gezeigt, wie über 150 Jahre immer versucht wurde, Eurasien die Eurasische Festplatte zu erobern. Helford MacKinder ein englischer Geostrateger hatte das schon thematisiert 1904. Dann natürlich Kissinger und Zbigniew Brzezinski haben das auch wieder ganz klar auf den Begriff gebracht und das war immer die ganze Zeit der Plan und es ist immer attraktiver weil jetzt nämlich die Permafrost Platte in Sibirien aufschmilzt und damit man auch dort an Rohstoffe rankommen kann die man bis jetzt nicht rankam und durch das Schmelzen des Polareises jetzt auch demnächst ein Schiff in der Lage sein wird von Hamburg obenrum relativ verkürzte Strecke nach Shanghai oder sonst wo zurückzulegen und das ist natürlich sehr attraktiv seitdem haben die ganzen Manöver NATO Manöver im Eismeer überhaupt so richtig an Fahrt angenommen früher hat das ja gar nicht interessiert ein paar Eisbären erschrecken und ja das heißt wir wenn es zu einem Schlagabtausch kommt zwischen NATO und Russland da spielt die Ukraine ja im Moment die große Rolle da hatten wir ja auch vor einem Jahr glaube ich als gerade dieser Angriff von Putin auf die Ukraine stattfand da hatten wir zuletzt bei Jens Leif mal gesprochen genau ganz kurz mal gesprochen und da hieß es ja nach Spezialoperation und man hätte es damals auch noch glauben können mittlerweile ist das ein richtiger Krieg also der dritte Weltkrieg hat schon lange begonnen und der Westen ist gerade dabei neue Atombomben eine neue Generation von intelligenten Atombomben dort aufzustellen Dark Dark Eagle heißt das Programm da fahren riesige LKWs mit zwei Boden Raketen auf denen wiederum diese neue Generation der intelligenten Atombomben aufgepflanzt sind die sollen jetzt an der russischen Westgrenze entlang fahren immer hin und her und von dort aus nach Moskau ist das dann nur noch ein Katzensprung von wenigen Minuten das heißt der nächste Punkt dass Russland erkennt da passiert was da fliegen irgendwie vermutlich Atomsprengkörper zu uns rüber dann bleibt denen nur noch die Option sofort auf den Knopf zu drücken das heißt die Wahrscheinlichkeit einer atomaren Vernichtung Europas ist so hoch wie noch nie das ist immer wieder natürlich die große Frage wird es darauf am Ende wirklich jemand ankommen lassen Ja weil ich sag mal früher Khrushchev oder Kennedy oder Eisenhower die haben den Krieg selber erlitten Kennedy hat seinen großen Bruder verloren Eisenhower war völlig down völlig angekotzt als er nach der Invasion die Strecke von Le Havre nach Paris lang gefahren ist um die ganzen Leichenberge und die Totentiere und die zerstörten Häuser gesehen hat er hat den Krieg gehasst Khrushchev konnte sich keinen Kriegsfilm angucken da musste dann heulen das ging nicht heute haben wir hier sag ich mal wohlstandsverwahrloste Eliten die gar keine Beziehung dazu haben eine sinnliche Anschauung was das überhaupt bedeutet zu einem Krieg deswegen Grüne an die Ostfront ist erstmal ein knackiger Spruch aber verdammt nur mal wenn die da wirklich mal hingehen würden in die Ukraine diese Leute hier diese wohlstandsverwahrlosten Typen und würden das vor Ort sehen die wären danach ein Fall für die Psychiatrie also ist doch so grässlich unvorstellbar grässlich und würden wahrscheinlich ganz andere Entscheidungen treffen was die Lieferung von Waffen angeht und die würden immer den Weg der Diplomatie wählen und immer immer natürlich diese informellen Kanäle wiederbeleben so wie es ja das rote Telefon nach der Kubakrise gab und ja das ist wirklich da fehlt die Anschauung wir haben jetzt 70 Jahre und das glaube ich deswegen latschen die Leute auch so gelassen durch die Gegend weil sie es nicht für möglich hat beziehungsweise weil sie die Konsequenzen nicht im dritten Weltkrieg schon mittendrin sind dass der schon längst dass der Film abspult der zweite Weltkrieg war für Deutschland auch die ersten drei Jahre gar nicht schmerzlich das war da gab es mal hier eine Bombardierung mal da aber so richtig übel wurde es erst nach der Operation Gomorra hier in Hamburg wo hier glaube ich 30.000 Menschen auf einen Schlag verbrannt wurden durch Phosphorbomben ja und das fehlt natürlich diese Anschauung bei den heutigen Leuten man denkt immer ja Kuba Krise ist doch gut gegangen danach ist alles gut gegangen was die wenigsten wissen wir standen ja 83 glaube ich schon mal vor einem vor einer atomaren Katastrophe weil die Amerikaner irgendwie simulierten dass sie jetzt ihre Atomstreitmacht loslassen würden auf die Sowjetunion und da gab es eben nur den Spion Topas Rainer Rupp der jetzt bei Apollut die Tagesdosis immer freitags macht der war Doppelagent für die Sowjetunion und war im NATO Zentrum in Brüssel dann haben die Russen bei ihm angerufen gefragt sag mal ist das ernst gemeint hat gesagt ne ist nicht ernst gemeint das ist nur ein ganz makabrer Scherz daraufhin haben die dann wieder runter gestuft aber jetzt ist sowas auch nicht mehr möglich weil die Zeit haben sie nicht mehr anzurufen bei einem Doppelagenten in der NATO Zentrale wobei ich benötige eigentlich nicht mehr als gesunden Menschenverstand um mir vorzustellen ich meine bei Hiroshima haben wir es ja schon gesehen was passiert wenn die die heutigen Atombomben zünden dass dann alles vorbei ist dazu muss ich auch eigentlich gar nicht wissen wie sich Krieg anfühlt oder irgendwelche Leichenberge sehen sondern mir ist dann klar dann ist einfach game over und dann heißt es die lebenden werden die toten beneiden das gefährliche ist ja auch das ist doch ein Putin Biden wer auch immer da mit beteiligt ist Putin sowieso aber auf der anderen Seite weiß ich nicht die sind ja auch irgendwie mit Drogen glaube ich ziemlich abgedichtet gegen irgendwelche Realitätskontakte das ist ja unfasslich wenn man das immer mal so mitkriegt das meinst du ernst mit den Drogen das meinst du nicht nur zynisch das meine ich nicht nur übertragen das meine ich ich denke dass da ganz schön was konsumiert wird hoch die Tassen und naja beweisen kann ich es nicht aber wenn ich da so die manche Äußerungen da höre kann ich nur sagen also das kann doch wohl eigentlich nur unter dem Eindruck von irgendwelchen Drogen entstanden sein es gibt ja natürlich auch hier von dem Präsidentensohn Hunter Biden kompromittierende Fotos wo auf irgendeiner Party da nackt hinter einer Prostituierten Crack raucht und und das ist ja interessant darüber erfährt man ja auch eigentlich außer in den alternativen Medien gar nichts nö nö das ist ja nur und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs das was du gerade genannt hast da gibt es ja ein Laptop und ich glaube da ist einiges mehr drauf gewesen ja ich weiß nicht was an der Pizza Connection dran ist aber auf jeden Fall da wird natürlich auch viel Kindermärchen erzählt aber gut wenn wir schon über die Seite sprechen dann lass uns auch nochmal über Putin sprechen alleine schon aus dem Grund weil das war das Thema wie gesagt vor einem Jahr da hast du in dem Interview ich erinnere mich daran korrigiere mich wenn es nicht ganz stimmt aber dass du sagst du hältst Putin für einen Jahrhundert Genie ja das waren deine Worte Jahrhundert Genie ich glaube Jahrhundert Politiker oder sowas Genie habe ich nicht gesagt aber Politiker glaube ich Jahrhundert Politiker das meine ich auch ernst weil er hat ja 20 Jahre lang wirklich aus diesem Failed State den der Jelzin hinterlassen hat wieder ein funktionierendes Staatsgebilde gemacht was wo auch gewisse Elemente von Rechtsstaatlichkeit wieder da sind auf jeden Fall Löhne und Renten werden gezahlt wenn man das mit der Ukraine vergleicht oder anderen Kaukasus Republiken da unten muss man sagen ganz respektabel herausgearbeitet Berechenbarkeit er hat lange genug lange genug versucht immer wieder selbst wenn die Beleidigungen und die Angriffe aus dem Westen noch so unterirdisch waren hat er immer noch von meinen westlichen Partnern gesprochen sehr lange und was jetzt läuft ja das hat dich selbst überrascht oder du hast es damals auch gesagt du hast gesagt irgendwie es hat dich auch überrascht dass plötzlich in Kiew Panzer standen nicht damit gerechnet dass er jetzt diese Steilvorlage liefern würde er hatte keine Wahl nach meinem Eindruck weil eben was ich eben beschrieben habe Dark Eagle System der Westen ist immer näher herangerückt an die Grenze und hat eigentlich keine andere Wahl mehr gelassen als irgendwann zu sagen hier stopp also hier ist irgendwo eine Grenze ich habe mir das lange genug angeguckt in Georgien hat er zum ersten Mal die gelbe Karte gezeigt als Saakashvili ein Gewehrsmann der NATO dort eben versuchte zwei abtrünnige Teilrepubliken die sich aber schon beim Zerfall der Sowjetunion abgetrennt hatten wieder mit militärischer Gewalt zurückzuholen da brennt ja auch der Raum ja ja und dann was völlig unerwartet war dass dann die russischen Streitkräfte dort Paroli geboten haben und die da wieder vertrieben haben sich da selber dann auch wieder zurückgezogen haben und jetzt in der Tat die Situation wie weit soll es denn noch rangehen an Moskau und gleichzeitig oben im Baltikum also bis auf eine Entfernung von 50 Kilometern an Petersburg und so weiter das heißt er muss da irgendwann wirklich mal sagen hier hier ist eine Grenze und vor allen Dingen der Krieg in der Ukraine der war ja schon seit 2014 unablässig da gab es ja immer wieder also es ist ja so da kam dann eine Regie ein Hund daran durch wirklich einen Putsch die dann verordnet hat dass alle russisch zu sprechen hätten und dass alle jetzt ein neues ukrainisches Narrativ zu glauben haben und wer das nicht tut kommt in Knast also nicht russisch zu sprechen russisch wurde verboten russisch wurde verboten obwohl es eben auch in Westukraine eine häufig verwendete Sprache war und das haben ja dann diese Ostrepubliken Donetsk Luhansk und so weiter die da weiterhin ihre russische Tradition aufrechterhalten wollten haben das ja nicht eingesehen und haben dann in dem Moment gesagt nee damit können wir aber jetzt nicht leben deswegen trennen wir uns einstweilen mal ab um zu gucken ob die mal wieder zur Vernunft kommen und dann können wir wieder miteinander reden daraus wurde aber dass dann wirklich rechtsextreme Terroristen als Heckenschützen in diese Republiken reingeschossen haben und dabei 16.000 Menschen unschuldige Zivilisten umgebracht haben Häuser mit Granaten zerstört und so weiter also immer versucht eigentlich so eine Art ja so eine ethnische Säuberung da zustande zu bringen das Ziel war offenkundig die Leute dort zu vergrämen zu vergraulen um dort ihnen genehme ukrainische Bürger anzusiedeln und jetzt hatte Putin in der Tat wohl diesen ja die Vereinnahmung dieser Republiken eben schon geplant weil er hatte dann schon vor dieser militärischen Spezialoperation diesen Leuten einen russischen Pass gegeben in dem Augenblick hat er natürlich dann sozusagen völkerrechtlich die Handhabe zu sagen das sind russische Staatsbürger und ich bin natürlich qua Verfassung verpflichtet die zu schützen so und dann hat er eben wo ich jetzt meine ja das ist dann nicht genial weiß auch nicht was was da genau gelaufen ist dann hat er gedacht er könnte jetzt in einem kurzen Handstreich in Kiew die faschistische runterstürzen und dann Neuwahlen ausschreiben lassen und gleichzeitig halt die Ostrepubliken jetzt von dem Druck dieser Terroristen zu befreien das ist offenkundig ein furchtbares Desaster gewesen ich habe das damals auch gleich so benannt ja du hast gesagt du befürchtest ein neues Afghanistan das ist auch eingetreten das sehen wir jetzt alle dass das leider eingetreten ist und dieser dieser er ließ Fallschirmsprenger in einem Flughafen von Kiew runtersprengen und die sollten dann quasi sehr schnell da so eine Art Staatsstreich veranstalten das ist völlig in die Hose gegangen und auch der Versuch dann mit Panzerbrigaden Kiew einzukesseln ist fürchterlich in die Hose gegangen ich habe da Videos gesehen von die dann dieser österreichische Oberst Reisner da gezeigt hat erstens wurde klar der Westen hat total transparenten Blick auf den Ostblock da wussten genau in dem Panzer sitzt der Kommandant und seine Schützen und so weiter und da sitzt der und der hat nicht überlebt und da war auch ein General im Gefecht und der ist auch gefallen und so weiter die sind die haben nicht berechnet und das ist natürlich unfasslich die haben nicht berechnet dass eben der Westen seit 2014 komplett die Streitkräfte der Ukraine umstrukturiert hatten auch die Befehlsstrukturen geändert hatten also die sowjetische Kadavergehorsams Strategie dass jeder einzelne Kommandant in seinem Abschnitt den Befehl durchzuziehen hat bis zum bitteren Ende auch dann wenn es Unsinn ist die haben das eingetauscht gegen die Strategie dass jeder Kommandant selber in einem gewissen Rahmen wie bei der Bundeswehr auch selber entscheiden kann was er jetzt genau macht in dieser Situation und dass die viel flexibler waren und das haben die russischen Streitkräfte irgendwo nicht gesehen auch dass die einfach so motiviert waren die haben gedacht die die Moral ist bei den ukrainischen Truppen ziemlich im Keller das war sie eben streckenweise nicht es ist natürlich auch so dass das Gro der Leute da wirklich zwangsrekrutiert wird dass die sich teilweise im Keller verstecken die jungen Männer aber hast du das Gefühl da also ich meine du beschäftigst dich da den ganzen Tag mit aber hast du das Gefühl da noch einen Überblick zu haben weil also ich meine der Überblick wie es da im Moment wirklich aussieht also wenn ich jetzt irgendwo unsere Presse verfolge wo dann steht irgendwie Russland ist quasi erledigt und dann höre ich aber in den alternativen Kanälen das ist alles Quatsch die Ukraine ist erledigt also wo stehen wir da kannst du das aus der Adler Perspektive kannst du dann schon ein Bild abgeben ja also früher hat man ja in der Tat diese Briefings von dem Oberst Reisner gehabt dem österreichisch von der Akademie Militärakademie die Analysen waren immer exzellent aber irgendwann hat er dann wahrscheinlich auch von oben so ein bisschen Deckel gekriegt dass er jetzt das Narrativ der NATO erzählen soll es gibt aber so ein paar englischsprachige Leute die sogar genau anhand des Satelliten Bildes sagen jetzt haben die Russen gerade wieder den Kartoffelacker erobert und jetzt haben sie bei Bachmut das Nordviertel erobert genau sagen können und dann haben die Autobahn jetzt gesperrt und da droht jetzt Einkreisung der ukrainischen Truppen das kann man tatsächlich ziemlich genau nachverfolgen dank dieser auch im sozialen Medien selbst ernannten Analysten und von daher meine Einschätzung ist es hat sehr große Ähnlichkeit mit dem Ersten Weltkrieg es ist ein Stellungskrieg es ist ein Verschleißkrieg ein Abnutzungskrieg hat mit dem Zweiten Weltkrieg nichts zu tun und ich habe es auch mal genannt in in einem Beitrag in einer Tagesdosis Putins Kriegsmuseum oder Militärmuseum weil diese museale Kriegsführung die führt heute keiner mehr aber da wird tatsächlich um jeden Kartoffelacker gekloppt und ich sage mal da wird Russland auf die Dauer schlecht dastehen weil der Westen ständig in der Zeit wo die Zeit verlieren in der selben Zeit fahren die immer mehr Systeme ran zunächst mal ist die Ukraine ein großer Schrottverwertungsplatz wo also Polen und Deutschland und England erstmal ihren ganzen Militärschrott entsorgen aber im zweiten Schritt wird jetzt qualitativ nachgerüstet jetzt sind es auch kaum noch Ukrainer sind natürlich zunehmend Söldner und irgendwann sind es ja auch ganz direkt dann NATO-Soldaten man wird den Kasus Belli schon finden wo dann die NATO direkt eingreifen kann und das macht auch diese wachsende Gefahr aus von der du eben gesprochen hast dass dadurch natürlich die Eskalation immer größer wird irgendwann möglicherweise auch Atomwaffen einsetzen Ja ja ich habe ich habe ja ich habe ja eine Tagesdosis gemacht Russland mit dem Rücken zur Wand das wollen natürlich gewisse Leute nicht hören aber es ist sehr unbequem weil ich sage mal irgendwann wird Russland gezwungen sein nukleare Waffen einzusetzen weil nichts anderes mehr dann hilft es ist ja auch so eine Schleife da kann ja keiner von beiden so unbedingt zurück ohne seine eigene Macht zu verlieren also ich sage mal wenn Putin jetzt Rückzug machen würde dann würde sein Kopf ja gefordert werden wahrscheinlich bei der Stimmung auch in Russland und von daher also die Gefahr besteht dass dann tatsächlich Russland hat dann ich habe es aufgezählt in diesem Artikel ich habe gesagt also rein konventionell ist Russland ein Witz also dass das funktioniert nicht und es ist zum Teil veraltet und diese Wunderwaffen da diese Hyperschallwaffen hat noch keiner so richtig gesehen ob Kinschall und so weiter ob die funktionieren keine Ahnung das ist eine Grauzone und dann gibt es natürlich dann sagen die Leute immer ach Spielverderber Scott Ritter hat aber wieder gesagt Scott Ritter ist ein ehemaliger US-Militär der eben auch so auf unserer Wellenlänge ist und aber ja das ist die Gefahr dass das Ganze nur noch das Einzige was Russland hat sind Nuklearwaffen also auf dem Sektor sind sie eine echte Weltmacht aber 22.500 Kilometer Land Landesgrenze zu verteidigen geht überhaupt nicht bei einer Bevölkerung von 120 Millionen Einwohnern 128 Millionen und einem Militäretat von 68 Milliarden das ist ein 18 Jahrzehntel dessen was die NATO ausgibt und kann man das auch nicht gleichsetzen weil natürlich hier auch viel versickert mit Korruption und Vetternwirtschaft da gibt es auch einschlägige Studien zu dem Thema und jedenfalls diese Grenze ist doch gar nicht auf der ganzen Linie verteidigungsfähig von Russland und viele Hunde sind das Hasen Tod die NATO fährt auf an allen Ecken und Enden vom Baltikum runter Schwarzes Meer verschiedene Punkte in Asien wo sie auch immer ständig rumzündeln und ein Regime Change inszenieren können Georgien ist wackelig ist erstmal Ruhe aber die haben gesagt die Saakashvili Leute haben gesagt wir kommen wieder und zwar wenn ihr nicht euch der westlichen Werdegemeinschaft bis zum 9. April unterworfen habt dann machen wir Rabatz dagegen war das was jetzt gerade war ein Fliegenfurz wenn ich dir so zuhöre dann entwickelt sich bei mir das Gefühl ich kann gar nichts machen als Einzelner ich habe gar keine Chance ist das so ich glaube nicht zum Beispiel der amerikanische Wähler hat das Wort weil ich glaube in den USA steigt die Kriegsunlust die Wähler besonders der Republikaner man muss sagen in den USA war immer eine ausgesuchte Staatsferne da also was was der Farmer in Arizona weiß von Washington das ist so weit weg das sind ja auch 5000 Kilometer oder sowas unvorstellbar das ist so weit weg da hat er seinen Acker Arizona ist jetzt kein Agrarland war blöd ausgewählt aber nehmen wir mal irgendein Agrarland Oklahoma oder sonst was das was die da machen ist so weit weg und es ist in den USA immer dieser Kampf zweier Strömung der Jeffersonisten und Hamilton jetzt Hamilton war Finanzminister und der sagte die USA ist ein Bundesstaat und Jeffersonisten haben gesagt die USA ist ein Staatenbund dies geht bis heute dieser Konflikt und der spiegelt sich auch wieder bei den Republikanern den Demokraten und kann sagen dass die Demokraten eher die Hamiltonisten sind und die Republikaner eher die Jeffersonisten und ich weiß dass eben auch von US-Amerikanern die die haben da überhaupt keinen Bock auf irgendeinen Krieg jetzt und soweit sie überhaupt die Zusammenhänge verstehen weil oftmals leben sie ja sehr in ihrem eigenen Orbit und alles andere ist ihnen ziemlich egal aber die sagen also Washington was soll das was machen die denn da eigentlich von Schwachsinn und da sagen wir Trump oder jetzt auch die Tea Party Leute die dann sagen hier Schluss mit Krieg gegen Russland und so weiter die haben ganz schön Zulauf also ich sag mal die Wahlen werden dann spannend und wenn sie ich mache jetzt eine kleine Verschwörungstheorie auf noch mit rechten Dingen zugehen ja das wissen wir natürlich alle nicht also ich denke dass die letzte Zwischenwahl wo die Republikaner so schwach abgeschnitten sind wo ja alle gedacht haben es gibt einen Erdrutschsieg zugunsten der Republikaner und das blieb ja völlig aus statt des Knalls nur ein Piff aus der Platzpatrone das liegt oftmals auch an der Unfähigkeit dieser republikanischen Politiker oder auch an ihrer Bindung an gewisse Verpflichtungen die sie haben an die Wirtschaft und aber insgesamt würde ich sagen der Wähler hat schon das Wort und insofern dass er auch Stimmungen wiedergibt und ja natürlich die Bereitschaft noch irgendwie weiter Geld in den Ukraine Krieg zu stecken die nimmt in den USA drastisch ab das hört man alle Orten und wann ergreift der deutsche Wähler das Wort Ja das weiß ich auch nicht er wird ja auch immer wieder daran gehindert das muss man auch ganz klar sagen wodurch durch Maulwürfe in Parteien in neuen Parteien zum Beispiel auch dieses Verarschungsmanöver damals mit der Linkspartei du bist du bist du bist du bist bei der Basis ich bin bei der Basis ja noch aber es ist eben genau so ein Beispiel ich möchte aber jetzt nicht hier so groß über noch laufende Vorgänge hier sprechen aber ich meine es ist es ist sehr zähflüssig die Entscheidungsprozesse wir haben dritten Weltkrieg und bis jetzt ich bin da auch in der Friedens AG immer mal aktiv wir versuchen da irgendwie eine Konzeption zu entwickeln und zu kommunizieren irgendwie verstehe ich nicht ganz warum unsere Arbeit die ja nun auch schon seit einem Jahr läuft nicht so richtig an die Öffentlichkeit kommt und da sind irgendwie so Bremsmechanismen man sich auch fragt ob das alles nur Unfähigkeit ist oder Zufall oder aber wenn du die Erfahrung schon damals mit den Grünen gemacht hast ist es am Ende doch möglicherweise einfach das System also das immer wieder auch gute Ideen aber an den Punkt bringt wo es eben dann wieder so ist dass alle nur den Kopf schütteln und sagen wie konnte das passieren das Risiko hat ja jede Partei die Antritt jede neue Partei ja die Übernahme durch die transatlantischen Seilschaften siehe oben das ging ja bei den Grünen schon recht rasch wo die SPD noch Jahrzehnte gebraucht hat und einige Kriege das ging bei den Grünen in 5 bis 10 Jahren diese dass sie von Transatlantikern durchdrungen waren die Linkspartei das das der Preis für die West für die West Erweiterung durch die WSG dass die dann eben ja danach war plötzlich nicht mehr die Rede davon eine Verfassungsklage gegen Agenda 2010 zu machen die haben sich dazu gar nicht mehr geäußert und haben aber das das meine ich grundsätzlich ich weiß das ist vielleicht ein bisschen auch eine ketzerische Frage und das ist also für jede Partei gemeint die versucht neu auf die Beine zu kommen ist es nicht immer auch gleich wieder zum Scheitern verurteilt muss nicht zwangsläufig wir sehen zum Beispiel in Frankreich Mélenchon der hat eine eigene oder eine neue Partei gegründet Frankreich lässt sich nicht unterkriegen also France insommee insommise der hat es ja geschafft der hat bei der letzten Wahl diese Partei zur stärksten Gruppe gemacht konnte zwar nicht jetzt komplett die Mehrheit kippen im Parlament aber wir sehen es jetzt gerade die Rentenreform also vor dieser Wahl bevor Mélenchon jetzt da das Parlament gerockt hat wäre wahrscheinlich die die Renten der Rentendiebstahl also dass die Leute jetzt zwei Jahre länger arbeiten sollen durchgegangen und dann hat man auch gesagt es ist euer Volkswille das habt ihr so gewollt nehmt das jetzt mal so hin er hat das jetzt zu verhindern gewusst und jetzt ist er jetzt musste Macron sich demaskieren als Diktator hat nämlich dann gesagt was ich mach's aber trotzdem irgendwo gibt es dann seltsamerweise so eine Klausel die es ihm ermöglicht dann auch irgendwie am Parlament vorbei solche Gesetzesänderungen vorzunehmen es gab einen Not Paragraphen 48 in der Weimarer Republik wo der Präsident der Reichspräsident das machen durfte zusammen mit dem Regierungschef aber dass Frankreich auch so etwas hat also das ist ja schon das ist schon eine ganz schöne Demaskierung und ganz schöne sage ich mal auch dass der Widerstand die nächste Stufe erreicht hat aber eben das ist Frankreich ich wollte gerade sagen der Franzose macht das eben auch der macht dann eben auch einfach mal einen Generalstreik und weiß irgendwie noch was ziviler Ungehorsam bedeutet für Deutschland sieht das glaube ich anders aus oder ist eine Mentalitätsfrage auch ist es was ich weiß nicht also es wird ja immer so gerne auf den deutschen Michel als unterwürfigen Idioten eingedroschen das ist ja in der Geschichte auch in den seltensten Fällen gewesen sonst hätten die Nazis ja nicht sechs Millionen SA SS und RSHA also Reichssicherheitshauptamt Leute gebraucht als Hütehunde um eine widerspenstige Bevölkerung auf Raison zu bringen auf Kriegskurs und dann irgendwelche Propagandashows da abzuziehen auch in Deutschland ist immer wieder der Widerstand da gewesen und er war ja jetzt in den letzten zwei drei Jahren so groß und mächtig Spaziergänge zum Beispiel nicht nur die Spaziergänge also als Ballweg der ja jetzt widerrechtlich ohne Habeas Korpus im Knast sitzt der hat uns ja hier Festivals geschenkt also sozusagen unser Corona Woodstock am ersten August 2020 und am 29. August wo ich ja auch eine Rede halten durfte und das war also so wunderschön das war da haben wir doch wirklich alle gedacht welch ein Geschenk von Frau Merkel dass wir uns jetzt hier finden aber das war ja ein einzelner also es waren ja wenige einzelne Leute die das organisiert haben in Frankreich ist es einfach da gehen einfach die haben die Schnauze voll und dann ziehen die alle eine gelbe Weste an das ist ja nicht ein Mensch der das organisiert das ist irgendwie anders als in Deutschland also das war die erste Stufe und als der dann sozusagen ausgeschaltet wurde haben sich ja überall auch bei uns so Keimzellen des Widerstandes genau und dann war auch nicht mehr der Starkult und dann hieß es nicht mehr da redet jetzt der sondern wir reden gar nicht wir latschen durch die Gegend und nee ich finde es ist natürlich auch schwierig dann und wie gesagt es ist immer wieder versucht der Verfassungsschutz Leute einzuschleusen oder auch die Medien es ist ja ein WDR Mitarbeiter dabei gefilmt worden wie er aus seinem Kofferraum schwarz-weiß-rote Fahnen rausholte die dann Leuten gegeben haben die die dann hochgehalten haben Kameratermin und dann danke das war es wieder eingerollt wieder weg diese ganze lächerliche Aktion am 29.08 die Reichstagserstürmung wo dann der der Bulle vom Cottbusser Tor aus dem Fernsehen bekannt Reality Doku Show keine Maske keinen Helm auf hatte sondern so da irgendwie mit Schlagzeug Schlagstock da rum machte damit ihn auch jeder erkennt als ach das ist doch der Kotte das ist doch der Bulle vom Cottbus also so eine von PR Büros zusammengestoppelte Veranstaltung was natürlich unglaublich ist dass so viele Leute diesen Quatsch geglaubt haben obwohl das so schlecht also so eine schlechte Seifenoper war ja aber auch die die da mitgemacht haben und sich haben buchen lassen ja ist ja auch fassungslos nicht nur die es waren ja genug Deppen Kuh an und Deppen die dann das wirklich glaubten dass sie da jetzt wenn sie das stürmen irgendwie das rocken können dann und das das war ja lächerlich also natürlich die ganze Security hat er hat er Däumchen getreten durch das in aller Gelassenheit angeguckt es gab ja auch mal so eine Aktion von Attac wo sie dann in die Frankfurter Börse gestürmt sind auf die Emporien haben dann da Flugbetter runtergeworfen also Leute für wie blöd haltet ihr mich denn also die Security hätte die unten schon aufgehalten wenn das nicht abgesprochen gewesen wäre also das ist nämlich auch so eine Sache diese Controlled Opposition wir haben ja lange Zeit geglaubt dass so viele Organisationen hier wirklich echt wären und da guckt man mal so dahinter und da sieht man ach die die Fäden die führen aber in die USA direkt also BUND ist eigentlich Friends of the Earth und ist so ein US Umweltkonzern und BUND Bund klingt ja irgendwie genuin deutsch und Attac geht von Le Monde aus Le Monde wird aber kontrolliert von verschiedenen französischen Rüstungskonzernen und ja also das kannst du natürlich jetzt auch beobachten dass natürlich überall auch in der Bewegung irgendwelche Trolle drin sind die dann natürlich versuchen irgendwelche unsinnigen Forderungen zu stellen die von vornherein die Niederlage in sich tragen was wäre denn aus deiner Sicht Erfolgsversprechen Erfolgsversprechen das wird zu ich meine das ist ja immer die Kernfrage die wir hier auch bei Fairtalk haben wie wollen wir in Zukunft miteinander leben wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft miteinander leben was muss denn passieren dass wir zum gesunden Menschenverstand zurückkehren zum einen wird ja schon vieles gemacht in der Richtung dass Leute sich zu Kleinzellen verbünden verbinden auch im täglichen Leben und in der Weiterbildung was ich immer wieder sage Leute ihr braucht ein Gehirn wenn man von der anderen Seite auf den Boden getreten worden ist muss man überlegen wie haben die das dann angestellt wenn die dann lockere informelle Intelligenz Zentren haben die sozusagen ja über verschiedene Fachgebiete hinaus sich verständigen und Wissen austauschen Denkfabriken bilden ich mein Buch 2014 seitdem seit Oktober 2. die Mache hinter den Kulissen seit dem sage ich immer wieder bei Vorträgen wir müssen selber Denkfabriken bilden wir müssen selber Netzwerke des Wissens bilden die Leute immer ja ja aber es kommt nichts zustande ist die Leute ich sag mal das Gros der Leute ist leider so angelegt dass sie lieber zu Hause sitzen und am virtuellen Stammtisch rummeckern rumschimpfen und das ist auch das Problem bei der Basis zum Beispiel dass so viele Stänkerhainis da drin sind die die österreichische da gibt es eine MFG eine neue Partei die im Prinzip auch so auf diesem dieser Welle die hat das Problem so gelöst die hat gesagt es gibt zwei Mitglieder verschiedene Mitgliederformen das eine sind die Fördermitglieder die haben aber keine die haben nur beschränkte Stimmrechte also passive Mitglieder genau passive Mitglieder und ich sag mal bei den Parteien sind 90% meistens passive Mitglieder die aber sich doch berufen fühlen überall irgendwie zumindest ihren Senf dazu zu geben aber leider in den seltensten Fällen konstruktiv ich habe eine konstruktive Idee dazu mal entwickelt mit meiner besten Freundin wir haben uns gegenseitig ein Meckerverbot auferlegt und hat das total gut funktioniert nachdem wir das begriffen haben gibt es irgendwie dieses Gemecker nicht oder wenn es doch mal dann fällt das eben sofort auf ne hier komm das bringt uns nicht weiter was machen wir denn jetzt gut ich war noch nicht ganz fertig also diese MFG hat eben den anderen Status Aktivisten Aktivisten haben den vollen Stimmen das volle Stimmrecht und ja die sind in Parlamenten vertreten die können effektiv arbeiten die Parteien die neuen Parteien die aus diesem Corona Widerstand hervorgegangen sind sind gelähmt weil da immer immer Leute rumstänkern und sich Leute berufen fühlen überall mit reden zu müssen ohne sich vorher ordentlich kundig zu machen und ohne sage ich mal anzuerkennen was manche Leute sich auf deutsch gesagt den Arsch aufreißen für die gute Sache und zwar unentgeltlich und das erstmal immer anzuerkennen ich meine es hat sich vieles gebessert ich sag mal aus linken Parteien kenne ich da viel schlimmere Schlammschlachten da gibt es das Wort Danke überhaupt nicht also da hat man schon viel dazugelernt und dass man sich angewöhnt zu sagen ich erkenne an was du geleistet hast und dann vielleicht zur Kritik kommt aber oftmals ist das auch nicht der Fall und insofern würde ich schon sagen ja die Deutschen sind ein Volk leider Gottes sie sind in vielen Dingen sehr empathisch auch sehr gutmütig wenn man das international so vergleicht sehr hilfsbereit aber viele fühlen sich auch berufen dann den Oberlehrer zu spielen und obrigkeitshörig und obrigkeitshörigkeit ja das hat das hat mich nun auch geschockt ich hatte eigentlich die Deutschen in Schutz genommen und gesagt sie haben doch jetzt seit Willy Brandt sozusagen und den ganzen ja also seit der 68er Zeit doch viel dazugelernt aber was ich da jetzt gerade bei den Leuten erlebt habe ich war geschockt dann sehe ich da irgendwie die profilierte Linke da gehorsam mit dem mit diesem Maulkorb da beim Bäcker einkaufen in Berlin Berlin habe ich immer gekannt als geschätzt als eine Stadt die wo die Bevölkerung so ein bisschen so so obrigkeits kritische Grundhaltung hatte und das auch mit mit derben Witzen immer gewürzt hat und aber diese Berliner gibt es nicht mehr und was ich da gesehen habe war so unterwürfig oder Köln dann lassen die sich ihren Karneval irgendwo versauen und verbieten die Kölner ich habe gedacht wenn man den Karneval verbietet dann gibt es Revolution weil die berufen sich da auch so auf die französische Revolution und dass sie da unter Napoleon zum ersten Mal so etwas wie Demokratie geschmeckt haben und Meinungsfreiheit was ihnen dann ja wieder genommen wurde Aber danke für das Stichwort Napoleon das passt gerade richtig gut weißt du auch warum ich versuche jetzt mal einen Übergang weil ich habe ein Zitat von Napoleon gefunden und du machst ja ein Format auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen eine Zäsur in diesem Gespräch ist aber irgendwie greift ja doch doch alles ineinander und passt zusammen du machst ein Format auf Apollut das heißt History jawohl ja und das Zitat von Napoleon Geschichte ist nur eine Reihe von Lügen auf die man sich geeinigt hat ja Wird es das unterschreiben die meiste Zeit ja also was deren Kampagnen was die Kampagnen der Mächtigen betrifft und natürlich besonders wenn es um Kriege geht ja es geht ja gar nicht anders wie will man denn einen gutmütigen Bauern dazu bringen jetzt einen gutmütigen also ein französischer gutmütiger Bauer warum soll der denn einen russischen gutmütigen Bauern erschlagen und damit ja das ist ja grundsätzlich immer die Geschichte niemand also 99,9% haben kein Interesse an Krieg es geht nur mit Lüge und Spaltung ja 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 das hat ja zu diesen verrückten Phänomen geführt das im ersten Weltkrieg in der Gefechtspause Engländer und deutsche Soldaten sich getroffen haben und Fußball gespielt haben und dann kam das Signal dann sind sie wieder in ihre Gräben haben sich wieder gegenseitig totgeschossen und das geht ja nur mit Lüge nur dadurch und das sehen wir ja gerade wieder ganz klassisch die Dehumanisierung des Gegners es werden ja nicht wird ja nicht gesagt wird ja nicht mal differenziert zwischen der russischen Regierung und den Russen der russischen Bevölkerung im Moment hat es sich ja wieder ein bisschen eingepäkelt aber so als das anfing mit dem Ukraine-Krieg was da an Russenhetze hier los war das war zum Schämen das hat mich auch wirklich geschockt also ein Beispiel an der Stelle ich habe es schon mal an einer anderen Stelle gebracht aber ich immer wieder weil ich es so fassungslos finde dass Playmobil beschlossen hat kein Spielzeug mehr nach Russland zu liefern also wo man so sagte was ist denn hier los was können denn russische Kinder bitte schön dafür was ihr Präsident macht ja also wie kann man das so einfach durchwinken als Nachricht ohne dass da irgendeinen Gegenprotest oder auch diese Dehumanisierung von Putin und die ging ja schon vorher los dass das das Handelsblatt hatte vorher schon eine widerwärtige Collage gemacht also Putin als der hat so wie so eine Ratte den Erdball umklammert das war zwei Monate vor das haben wir aber schon 2014 gehabt tatsächlich auch die Spiegeltitel die unsäglichen ja ja gut das geht schon richtig lange da war glaube ich bis auf die Augen vielleicht von Putin nichts echt alles andere waren also irgendwie aus irgendwelchen was weiß ich es war eine völlig dehumanisierende Kampagne und das hat man ja bei Saddam Hussein gemacht das hat man bei Gaddafi gemacht alle die man umbringen will die werden erstmal dehumanisiert und dann wird sofort auch das ganze Volk dehumanisiert da kann man anscheinend mit Knopfdruck den russischen Untermenschen von Hitler wieder hervorholen und reaktivieren da war unter Adenauer schon mal wieder aus der Kiste geholt worden als Westdeutschland richtig auf Linie gebracht wurde und jetzt wieder mit einer anderen Generation wo ja ich meine es hat keine Austauschprogramme gegeben glaube ich zwischen deutschen und russischen Schülern im größeren Stil oder irgendwie Städtepartnerschaften oder sonst was hat es schon vorher nicht gegeben aber dann auf einmal also selbst da war ein Dirigent ein russischer Dirigent da wurde gefeuert eine Opernsängerin und hatte von denen verlangt da gebetsmühlenartig dann Putin zu verurteilen und die haben gesagt nee ich bin russischer Staatsbürger und ich verstehe was 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 Putin meint und dann mussten sie gehen und also da sind wir wieder bei 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 diesem schwarz und weiß gut und böse aber so Abstufung oder sowas im Krieg ist das dann plötzlich nicht mehr drin das ist dann ein manichäisches Weltbild da ist gut da sind die Kräfte des Himmels und da sind die Kräfte des der Hölle Teile und Herrsche das ist wieder was anderes Teile und Herrsche kommt noch dazu in dem Falle ist es ganz simpel normalerweise Teile und Herrsche also Cäsar hatte das ja aufgebracht und als er dann Gallien eroberte hat er eben diese ganzen kleinen Stämme da gegeneinander aufgebracht und das ist ja jetzt ich sag mal das ist die Strategie auch von Brzezinski gewesen der gesagt hat man muss das Sowjetreich zerlegen indem man die ethnischen Konflikte schürt in diesem Falle ist es ja jetzt mehr so eine sehr grobe schwarz weiß Trennlinie und das Reich des Guten das Reich des Bösen auf einmal ist alles was mit Russland zu tun hat also böse und schlecht und ja darf man gar nicht zur Kenntnis nehmen was der sagt das wurde ja vorher auch schon trainiert in der Corona Krise dieses die umgehen genau und das also plötzlich dachte man ja irgendwie keine Ahnung es war ja ganz einfach ein guter Mensch zu sein und es ist ja auch jetzt ganz einfach ein guter Mensch zu sein wenn ich die richtigen Dinge sage wenn ich die richtige Fahne an meinen Balkon hänge und wenn ich das befolge was mir gesagt wird genau aber das hat eben nichts mehr das ist das verwundert mich so dass ich denke das hat ja nichts mehr mit freier demokratie und dem zu tun so wie ich das verstehe und so wie das aus meinem Verständnis heraus auch eigentlich die meisten Menschen gerne leben würden aber das trotzdem irgendwie opfern um ja um was um ihre Komfortzone nicht zu verlieren die ist da ist das Wort ja schon mal falsch meistens ist die Komfortzone ja gar keine Komfortzone immer weniger sondern eher eine Hamsterradzone oder man müsste dem einen anderen Begriff geben genau also die Frage ist was ja was 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 muss passieren damit die Menschen verstehen was da auf dem Spiel steht nämlich ihre Freiheit ja ihre Freiheit und die Idee ist ja schon lange weg also wir haben ja gesehen dieser Staat scheißt auf Rechtsstaatlichkeit auf die eigenen Regeln die sie aufgestellt haben der einst mit denen sie ihre eigene Herrschaft ja rechtfertigen sie sagen auf der anderen Seite scheiß ich drauf also wie eine asiatische Despotie gilt eigentlich nur noch wer hat hier die Macht und wem den Kopf abzuschneiden und ganz simpel und ich glaube die Leute sind eigentlich auch angstgetriggert das ist aber glaube ich auch ein Ergebnis von jahrzehntelanger Gehirnwäsche und dadurch dass man wenn du einen Fernseher hast gut der steht da und war schwer wenn du weggehen wolltest warst du davon weg weil es war ja technisch nicht möglich den durch die Gegend zu schleppen da war ja noch eine gewisse natürliche Distanz in dem Moment wo du den Fernseherapparat quasi hier als Smartphone in der Hand hast und ständig damit verbunden bist bist du dann natürlich ganz anders getriggert ganz anders auch konditioniert und die herrschenden arbeiten schon lange nur noch mit Angst es gibt ja nur negative Nachrichten mein Gott es gäbe so viel Positives in den Nachrichten zu berichten nein und wenn nicht nicht gerade wieder ein Erdbeben ist oder irgendwie Leichenberge durch durch Überschwemmung oder sonst was dann gibt es wieder einen neuen Virus dann erfindet ja dann erfindet man der der Fernsehstar so und so sagt über A sagt über den Fernsehstar B das ist und dann sagt Fernsehstar B nein selber ich würde ihm am liebsten eins dann werden also Konflikte erfunden das hatte Walter Lippmann schon gesagt um die Leute am besten zu konditionieren und ihr Interesse zu erregen sind immer Kämpfe zwischen Menschen also wenn sich Menschen prügeln das ist eigentlich so das Beste und das erleben wir dann wird eigentlich auch in Talkshows nicht berichtet worüber die eigentlich gesprochen haben sondern dann wird gesagt Wagenknecht holt jetzt aus mit einem harten Kinhaken und Laschet gibt zurück und so also es wird beschrieben wie so ein Boxkampf das ist das eine zum anderen da da haben wir gar ich keinen Überblick aber ich weiß ja was für schaurige Sachen sich die Leute in Filmen angucken können sich holen können sich runterladen Kriegsfilme perverse Filme wenn sie dann noch das Darknet mitbenutzen dann geilen sich dran auf wenn ein Rollstuhlfahrer wenn ein Rollstuhlfahrer oder sonst was wer welcher Schüler hat die härtesten Nerven so konditioniert und verrot gehen die Leute dann rein in einen Krieg und dann fiel mir schon seit Jahren irgendwie auf diese also sorry ich will jetzt Tätowierten nicht zu nahe gehen aber so dass das mit den Tätowieren total zugenommen hatte und was sie tätowiert haben Totenköpfe und ja T-Shirts mit Totenköpfen und Rockmusik mit Totenköpfen Totenkult also eigentlich wirklich man könnte man könnte fast versucht sein zu sagen also wir sind ja irgendwie gekapert von Satanisten das ist unglaublich was für eine negative Software schon seit Jahrzehnten in die Leute reingehämmert wurde und keiner hat widersprochen das wenn man das sagt also mein Gott ist doch schrecklich ein Kriegsfilm da werden gerade wieder Leute total detailfreudig da zermatscht geht das noch Kriegsfilm ist doch gar nicht so schlimm ist alles nur Spiel ja also wir haben doch schon die mentale Verrohung also und das entzieht sich völlig der öffentlichen Diskussion ich habe etliche Male darüber gesprochen das interessiert keinen also irgendwie sind alle da offenkundig mitverwickelt in diese Satanskult wie gehst du damit um mit Humor also ich sehe dich so du bist 70 das ja darf ich doch mein Geheimnis homozenter ja aber also du hätte ich jetzt nicht getippt ich hätte dich wesentlich jünger getippt von daher zeig mir du weißt was ich gehört nein ich bin ehrlich ja stimmt schon ich bin ehrlich und habe mich einfach gefragt wenn man sich den ganzen Tag auch mit so einem ich sag mal jetzt Zeug beschäftigen muss was naja also auch an die Substanz geht wie holst du dich da raus Humor also wie bleibst du jung ja also genau dadurch dass ich da immer wieder einen Cut mache wie man so neudeutsch sagt einen Schnitt mache und mich dann mit schönen Dingen beschäftige Musik mache oder ich bin jetzt kein großes Licht im Musik machen aber ich gehe dann in den Übungsraum und tobe mich da richtig aus da kann ich richtig laut sein und oder wir haben auch während der ganzen Corona-Zeit da so einen Underground-Disco an Lahnufer unterhalten mit wirklich total geiler Ethno Techno Musik also eher Ethno und man hat uns auch gewähren lassen also denke schon das wurde war bekannt aber das hat man auch toleriert und jedenfalls jeden Samstag eigentlich als feste Instanz auch bei minus 5 Grad und ein bisschen Grillfeuer dabei da haben sich dann alle gewärmt und da hatte man seine freie Welt dann mit ein paar Freunden und hat sich das bei dir auch verändert hat sich der Freundeskreis auch ausgetauscht Ja doch würde ich schon sagen weil das kannst du nicht aushalten Leuten ständig von Adam bis Eva alles zu erklären die Ursprünge ist so nervig weil sie es auch gar nicht wissen wollen natürlich hat sich es ausgetauscht und ich sage auch etwas sehr paradox klingendes also 2020 war eines meiner glücklichsten Lebensjahre weil man hat plötzlich Leute getroffen ich habe gelitten jahrelang darunter unter dieser Unverbindlichkeit wenn nicht heute dann morgen ja gut warum bist du wieder nicht gekommen ich habe es vergessen es war jetzt plötzlich eine neue Verbindlichkeit da Verabredungen wurden eingehalten die Leute haben sich gefreut wie die Schneekönige wenn sie zusammen waren das war mir auch klar das war so ein jungfräuliches Stadium einer Bewegung wo man sich noch nicht kannte noch nicht wusste was für neurotische Anhäufung da manchmal gegenüber standen nee aber im großen ganzen man hat zusammen was unternommen und ich fühlte mich ein bisschen an 68 erinnert das war so ein Experimentierfreude einfach für alles offen für jede Idee offen und dann kommt da einer an und sagt ja ich hätte jetzt eigentlich im Rollstuhl sitzen müssen aber ich habe da irgendwie eine Methode gefunden wie ich mich da selber wieder raushole und ich wollte gerade sagen es kam plötzlich ein ganz viel Spezialwissen auch dazu also auch im medizinischen Bereich also ganz viel Ding von denen ich auch so noch nie gehört hatte obwohl ich mich mit dem Thema schon seit viel längerer Zeit beschäftige aber wo ich dann auch gedacht habe wow also jetzt ist auch gerade die Zeit wo dieses Spezialwissen was so viele Jahrzehnte nicht an die Öffentlichkeit kam plötzlich sich in den Netzwerken verteilt und explosionsartig um die Welt geschickt wird richtig und ich habe seitdem viele Freunde und Bekannte also immer vorher war das überschaubar aber jetzt geht das vom Bodensee bis Flensburg und da überall weiß man da sind Leute und die sind verlässlich und die haben gute Ideen und ja der macht das ist ein Obstbauer und der macht seine ganz eigene Sache und ja da ist ein Heilpraktiker und der hat auch wieder neue Techniken entwickelt und ja da ist jemand der hat ein neues Genossenschaftskonzept und ja es ist gerade in der ersten Phase jetzt ist es leider ein bisschen abgeschliffen aber das ist auch normal nach drei Jahren aber das war eine richtige Börse von neuen Ideen und also es war aufregend eine tolle Zeit also bei all dem Widerwart mit diesem Lockdown und dann im Herbst wieder ein Lockdown und dann dann muss man sich da unter einer Brücke treffen erwachsene ehrbare Menschen müssen sich wie wie irgendwelche Mafiosi unter einer Brücke treffen um nicht von der Polizei gesehen zu werden so eine Beleidigung so eine Demütigung Fui Teufel und aber die Leute haben es durchgehalten sind gestellt und also hätte ich so manchen Leuten die ich so als gesetzte Bürger sehe also manche sind ja auch sehr gut situiert ich meine das ist eine ganz andere Basis wie früher früher war man ja eigentlich immer unter sich im oppositionellen Lager so im Prekariat und jetzt auf einmal trifft man hier auf sehr wohlhabende Leute sogar Banker sind dabei Investment Banker und was da an Wissen zusammenkommt das ist einfach geil Ja das haben wir auch ganz oft gesagt dieses Wissen dieses Spezialwissen ist einfach so sehr bereichernd Und an der Stelle würde ich eigentlich tatsächlich auch sogar nochmal widersprechen Deine Frage war ja nach der Freiheit und du hast gleich gesagt naja die haben wir ja jetzt schon lange verloren und aber das auch was du gerade beschrieben hast und was wir alle erlebt haben ist natürlich eine große innere Freiheit die wir dadurch gewonnen haben würdest du das auch so sehen Ja also erstmal ich habe ja nicht gesagt Verlust an Freiheit also vielleicht muss ich es noch präziser sagen Verrohung und autoritäres Muster was durch so Splatter Videos und sonst was alles die Steinzeit Logik ist ja wieder reingekommen also hier und wer nicht jetzt eine Keule hat um dem anderen den Kopf einzauern ist ein Idiot und da haben wir jetzt wirklich so ein richtiges Kontrastprogramm aber es ist natürlich ein Segment von schätze mal 15 Prozent der Bevölkerung natürlich noch viel mehr die im Stillen sympathisieren die sich aber nicht trauen die Schissasen sind und das ist schon eine ganz neue Konstellation das ist schon eine andere Power als vorher also Opposition in dem Sinne gab es eigentlich nicht weil die Leute waren alle verarscht von der Controlled Opposition haben gedacht wenn sie bei Attack mitmachen dann tun sie was gegen das Finanzkapital war aber nur Beschäftigungstherapie Kindergarten und jetzt wird mit richtiger Währung gearbeitet und das finde ich sehr aufregend und den Schwung den Impetus den müssen wir auch beibehalten Bist du durch die letzten Jahre spiritueller geworden ich war eigentlich immer so ein bisschen spirituell muss ich sagen also ich habe jetzt nie geglaubt dass der Mensch nur ein besonders komplexer Computer ist also und aber das hat sich natürlich insofern verstärkt in den letzten Jahren weil ich immer mehr dahinter gekommen bin wie eigentlich unsere Zivilisation zustande gekommen ist immer nur auf leichten Bergen und immer nur auf Erniedrigung und Zerstörung des inneren Zentrums also ich hatte ja früher nur die Marx Analysen oder Marcuse oder kritische Theorie das hat sich natürlich auch erweitert Foucault zum Beispiel ist sehr wichtig der ja auch zeigt wie in der frühen Neuzeit wird ja immer gesagt Neuzeit Fortschritt ganz super geil alles wird besser nein es war eine Kasernierung und hat zwar jetzt nicht mehr abweichende Menschen gerädert und gevierteilt und hat versucht umzuprogrammieren in Kasernen in Psychiatrieanstalten und so weiter und hat dann auch scheinbar Humaner die dann nicht mehr festgebunden sondern mit Psychopharmaka vollgeballert und in der ganzen Zeit haben wir die dritte Welt verbraucht verbrannt skrupellos im Kongo das war Privateigentum die Menschen dort waren das Privateigentum von König Leopold und wer da seinen Plan soll nicht erreicht hatte dem wurde die Hand abgehackt und all solche Scheiße also das heißt Auschwitz-Monowitz war in der dritten Welt nichts Besonderes und auf dieser Last auf diesen Bergen auf diesen Leichenbergen gründet unser Wohlstand wir müssen es erstmal glaube ich soweit ja entschulden und auch uns entschuldigen bei der dritten Welt dass unser Wohlstand hier so darauf beruht so alles zu verbrauchen Wälder zu verbrauchen alles ist die westliche Wirtschaft ist ein großer Schredder der in Sekundenschnelle aus unwiederbringlich schönen Sachen kurzfristig Konsumartikel macht und dann riesige Müllberge die dann dahin zurückgebracht werden nach Afrika wo sie herkommen wo vorher der Rohstoff herkam und das heißt ich habe da in der Tat einfach gelernt das ist eine große Maschine große Fressmaschine große Häckselmaschine und dabei da war wichtig die materialistische Philosophie von Descartes und so weiter der gesagt hat das ist der Mensch ist ein quasi perfekter Roboter ist eine Maschine und da diese Spaltung und dann eigentlich die Seele völlig eliminiert hat ich denke was an diesem historischen Materialismus der Fehler ist das Schlimme war an Marx dass er nicht wiederum auch dialektisch überwunden wurde und das müssten wir eigentlich sozusagen leisten jetzt diese spirituellen Dinge mit einzuarbeiten in unsere Gesellschaftspolitik in unsere Gesellschaftsstrategie und das kann natürlich die Pharmaindustrie überhaupt nicht gebrauchen wenn wir an die Selbstheilungskräfte des Menschen appellieren wenn wir uns sie aktivieren und wissen wie man es macht und auch wenn es heißt ja Placebo der Mann ist durch Placebo gesund geworden was entwertet das denn den Heilungsprozess heißt die Heilung hat immer recht das heißt dem ist es gelungen aus Versehen durch eine geschickte Täuschung Selbstheilungseffekte wach zu rufen es lebe Placebo ich meine wenn man das so sieht was was sich da da haben wir glaube ich jetzt eine Widerstandsbewegung wenn wir das richtig begreifen sind wir unschlagbar weil wenn wir das jetzt mit den vorherigen Erkenntnissen kombinieren mit der Spiritualität dass wir jetzt akzeptieren dass wir auch viele seelische Kräfte haben mit denen wir was wuppen können dann sind wir ja unschlagbar weil das sind doch ganz arme kranke Würste die uns da gerade in den Untergang treiben wollen diese abgelösten Eliten da in ihren goldenen Käfigen zumal auch da wenn du jetzt darüber sprichst über Selbstheilungskräfte ich meine es ist ja sogar bekannt das ist ja auch kein Geheimnis dass die dritthäufigste Todesursache die Nebenwirkungen von Medikamenten sind das ist bekannt das ist keine Verschwörungstheorie die drittgrößte Todesursache in den USA und das ist ja etwas wo man sich dann wirklich die Frage stellen muss mein Gott noch mal wie kann man einfach immer so weitermachen aber das muss dann wieder also was heißt es muss muss nie irgendwie aber das sollte dann vielleicht einfach wieder jeder selbst in die Hand nehmen weil die Lösung wird nicht von denen kommen sondern die Lösung kommt nur wenn du sagst also A ich mach da nicht mit B ich gehe andere Wege C ich bin auch dafür bereit mal neue Dinge auszuprobieren und mich wieder dafür zu öffnen dass der Mensch so als Wesen eben auch Körper, Geist, Seele hat und unter anderem eben auch über Selbstheilungskräfte verfügt ja ja der wichtigste der wichtigste Heiler ist der Patient selber und er muss dann einfach in einem Menü von Möglichkeiten wählen dazu kann auch der Arzt gehören wir wollen ja auch natürlich nicht die traditionelle also die europäische Medizin jetzt schlecht machen natürlich Beinbruch ist doch super was da entwickelt worden ist und schmerzfreie Therapien nur es gibt eben wenn man das andere leugnet die seelische Dimension der Mensch selber kann sich im Wesentlichen selber heilen außer Beinbruch und so weiter mechanische Sachen da ist einfach die konventionelle Medizin unschlagbar und super aber jeden Menschen muss gesagt werden du bist dein eigener Gesundheitsmanager und du alleine musst entscheiden jetzt was ist für dich gut da musst du in dich reingucken da musst du ja Meditation oder auch Yoga oder sonst was erlernen um in dich reinschauen zu können das war nicht mit ausprobieren einfach auch bereit sein sich für neue Dinge da zu öffnen und nicht immer die Lösung in der Symptomunterdrückung zu finden ja wir haben als das anfing mit dem Corona 2020 war auch insofern eine tolle Zeit da mit einem befreundeten indischen Heilpraktiker haben wir jeden Morgen von sechs Uhr bis halb acht dynamische Meditationen gemacht im Keller und das hat uns auch geholfen und es ist wirklich enorm was in dem Moment in dieser Phase auf die die alles zutreibt nämlich wo man dann man macht dann ja so irgendwie solche hu stößt die Luft aus und dann kommt ja irgendwann Stopp du musst ja gnadenlos eine Viertelstunde so stehen bleiben wenn dir der Schweiß hier runterläuft und es juckt und es kribbelt und du musst so bleiben und du hast dich vorher soweit vorbereitet das ist ein Moment von äußerster Intensität in der du wirklich ziemlich in dich hineinschauen kannst und dann kommt ja danach die Tanzphase und dann noch die Chillout Phase und das sind auf jeden Fall alles es gibt so viele einfache Methoden die nichts kosten um sich irgendwo sag ich mal zum Herrn seiner eigenen Gesundheit zu machen ich zum Beispiel auch mit Musik machen mit Oberton Gesang da komme ich dann auch in so eine Sphäre rein das ist ganz klar so ein Biofeedback du musst eben einfach so ein Biofeedback haben mit dem du deine Schwingung deine Atmung direkt beeinflussen kannst und das führt halt auch also das ist meine Erfahrung also ich habe jetzt andere Meditationen und andere Methoden als die die du beschrieben hast aber eben auch dazu dass du nicht nur anders in den Tag startest sondern dass du auch andere auf andere Menschen triffst Menschen die anders begegnen du einfach auch andere Dinge in dein Leben ziehst ja ja wobei das ist natürlich auch so eine Sache wenn die Leute mal schlechte Laune haben darum geht es auch nicht es geht auch nicht darum die schlechte Laune zu verdrängen die schlechte Laune darf da sein aber sich immer wieder es spiegelt auf dich zurück also in dem Moment wo du ich habe das öfter erlebt ich mache die Haustür auf guckt mich da jemand total giftig an ich war vorher bester Laune das ist nicht so einfach damit nicht in Resonanz zu gehen sondern das ist erstmal drin dann denkst du wie kann denn das sein dass jemand so scheiße drauf ist aber ich lerne auf dem Sektor auch also ich bin da schon viel gelassener geworden und viel toleranter und lass den stinker da mal so es ist ein ewiges Lernen also es ist ein in dem Bereich gerade in dem Bereich es ist ein ewiges Lernen aber das funktioniert gut tatsächlich je öfter man das sagt irgendwie also je öfter man den stinker stinker sein lässt ich habe da immer ich habe immer eine schöne Variante dafür und denke mir gut wenn er sich Zeit dafür nehmen will jetzt scheiße drauf zu sein ist ja seine Zeit was habe ich damit zu tun genau damit nicht in Resonanz gehen das ist der Trick es loszulassen aber das ist natürlich extrem schwierig und das ist auch etwas was du trainieren musst das ist eben auch so wie wenn du keine Ahnung Marathon laufen möchtest dann geht das auch nicht von heute auf morgen das ist einfach ein Prozess ja ja immer ein Stück mehr das ist übrigens auch Geheimnis meiner ewigen Jugend ich fahre möglichst wenn es geht mit einem Fahrrad nicht mit einem leichten Rennrad sondern mit einem Tourenrad 35 Kilometer durch den Landkreis also jeden Tag das ist oder im Sommer dann eben auch schwimmen mit meiner Frau meine Frau ist ja sportlich und schwimmt gerne und da schwimmen wir auch viel und im Übrigen waren wir jetzt auch gerade zwei Monate in Südostasien in Laos in Nordvietnam und in zum Schluss zum Chill Out zwei Wochen noch in Thailand auf einer Insel Koh Chang und ja das ist auch da haben wir natürlich mehr Photonen auf uns wirken lassen wir kamen dann natürlich braun gebrannt hier an und ich sag mal auch die asiatische Kost ist also sehr gesund also sehr wenig Fett sehr wenig Zucker alles frisch vom Feld also was sie auf ihren Märkten haben das ist da sind wir so arme Wichte eine Auswahl und oh und eine frische und zwei Wochen hier und ich hatte schon wieder irgendwie Probleme mit der Galle also aber das habe ich da bin ich auch nicht wieder ins Krankenhaus gegangen sondern meine Frau hat mir dann so eine Mischung aus DMSO und CDL gemacht und natürlich dann auch Diät gemacht erstmal und dann war es auch wieder gut nach zwei Wochen also das ist schon erstaunlich wenn man da so die Selbstheilungskräfte aktiviert und ja das ist aber es ist auch es ist so so schön zu hören dass immer mehr Menschen auch das jetzt von dir zu hören obwohl man das jetzt von einem Politologen erstmal überhaupt gar nicht erwarten würde aber von dir zu hören dass du das anwendest immer mehr wenn das anprobieren das aus und haben diese Erfahrung die dann ja dazu führt dass man sagt okay wenn das funktioniert probiere ich vielleicht auch mal bei einem anderen Wehwehchen eben auch etwas was ich sonst bisher nicht ausprobiert habe jetzt mache ich das aber und so wird es am Ende dazu kommen dass man viele Dinge tatsächlich in Eigenbestimmung und Selbstverantwortung lösen kann ja ja kann das Allermeiste und selber lösen und ich denke ja das das habe ich ich habe selber keine Kinder aber ich bin sozusagen Instant-Opa durch meine Frau zwei Töchter und da Enkelkinder und die habe ich dann ja eigentlich seit der frühesten Phase miterlebt und es ist das ist ein ein unglaublich interessantes Erlebnis ich sehe dass so ein Kind wenn es auf die Welt kommt vielseitig begabt hat hat viele Fangarme in alle Richtungen für alles offen und dann kommt irgendwann Erziehung nennt man das bei uns und Bildung und dann wird ein Fangarm nach dem anderen abgeschnitten bis nur noch die Fangarme übrig bleiben die notwendig sind damit derjenige als untergeordnetes Glied in einer Kette funktioniert als Rädchen in einem Uhrwerk und was ich auch immer wieder spannend finde ist dass Kinder so in den ersten zwei Jahren eine sehr vollendete Persönlichkeit mitbringen und ich habe irgendwie das Gefühl das ist eine Reinkarnation die haben dann aus ihrer vorherigen Inkarnation noch so viel mitgebracht an Persönlichkeitsmerkmalen da 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 das das können die gar nicht aus der Situation heraus jetzt gerade so gemacht haben und also bei dem einen Enkelkind da habe ich nur gedacht das hat aber Glück dass es nicht in 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 Tibet zur Welt gekommen ist da wäre es längst zum Dalai Lama gemacht worden weil da gab es auch irgendwie so meine Frau ist da auch in so einer buddhistischen Gemeinde und dann hat die den Enkelsohn über drei oder so mitgebracht zu so einem Treffen zu so einer Sitzung und da war ja der Thron der ja natürlich frei bleibt bis der Chef kommt und ja dann hat er sich da natürlich drauf gesetzt und bei der Meditation hat er den Gong geschlagen genau in dem Augenblick wo es hingehörte also er wusste alles und er hat irgendwie dann auch immer so dann hat er wenn da so Leute zusammensaßen dann hat er Mandarinen gehabt und hat dann so an jeden hat drauf geachtet dass jeder so ein Stöckchen kriegt sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und sehr kreativ und ja auch hat sich dann so auf wusste dass ich fotografiere hat sich so auf den Teppich gelegt so und dann so Sachen rumgruppiert richtig nach so einem bei Beuys oder so bei der Documenta oder so hätten wir es gleich ausstellen können also da fragt man sich auch ja das kann da irgendwo gar nicht so aus dem jetzigen Erfahrungsbereich so gehabt haben aber das ist ich denke das ist eben diese neue Generation die die Welt auch braucht um wirklich also die Indigo Kinder endlich sind sie da ich bin skeptisch weil der ist natürlich mittlerweile so erzogen dass er ganz anders drauf ist wurde dann auf na gut ich will das jetzt nicht erzählen aber auf jeden Fall ist er jetzt gut formatiert das System das sind dann ja es ist traurig aber man sieht dann eben wie ein Mensch so der zunächst so nach allen Seiten offen war langsam gekappt aber ich denke diese Dinge die können wieder erwachen die sind einmal da die sind dann angelegt und die können wieder erwachen und ja in der Hoffnung ja da muss ja was sein was man wachrufen kann genau ja da muss ja irgendwas sein und ja diese Kräfte ich habe ich habe das ja natürlich lange Zeit auch als historisch materialistisch eingestellter Marxist natürlich für Blödsinn gehalten aber mittlerweile bin ich dadurch etwas kleinlauter geworden und ja meine Mutter hat eben auch mal was Bemerkenswertes erzählt also sie hatte diesen Wunderheiler Gröning nach dem Zweiten Weltkrieg sie ist ihm begegnet also der ist ja damals also persönlich begegnet der hat ja der hat ja in großen Stadien ist der ja glaube ich gewesen und hat da ja der Bruno Gröning der der war nach dem Kriege muss auch sagen die Leute waren jetzt sozusagen ein bisschen verwaist der Führer war tot und wollte ja auch eigentlich gar nichts mehr von dem und man suchte irgendwie nach neuen charismatischen Gestalten und in dieser Konstellation da konnte er nichts für hat er auch nicht ausgenutzt ist er dann eben durch Deutschland gezogen der hatte halt außergewöhnliche Begabungen die Menschen waren ja auch schwer traumatisiert die waren schwer traumatisiert und brauchten irgendwie auch einen Halt ja und natürlich das ist unglaublich grässlich was die erlebt haben auf jeden Fall ist er dann tatsächlich mit einem Tross von Assistenten und Jüngern durch Deutschland gezogen von Ort zu Ort und hat dort sozusagen Sprechstunde gemacht also hat hat einfach sich irgendwo wurde da irgendwo beherbergt und dann kamen die Leute es waren dann so viele irgendwann dass sie in den in den Gärten gelagert sind und gewartet haben bis er gekommen ist und dann ist Gröning auf auf dem auf dem Balkon und hat sich da gezeigt einfach nur und hat gesagt so Leute ihr braucht eure Krücken nicht mehr könnt jetzt steht auf nimm dein Bettlein und wandle und dann sind die tatsächlich aufgestanden und konnten dann gehen und ja also meine Mutter hatte bedingt durch den Krieg eine furchtbare Psoriasis eine Schuppenflechte von oben bis unten das war wirklich durch die Phosphorbomben Angriffe in Bremen verursacht und durch das also die hatte auch vergrößerte Schilddrüse und hatte auch immer wieder so Schreianfälle auf jeden Fall sie ist dann wegen dieser Psoriasis da hingegangen ja dann tatsächlich in Kiel war das und war abends hingekommen die ganze Nacht war sie nicht dran morgens um sechs war sie dann dran dann ist sie da rein und dann unterhält er sich mit ihr über alles mögliche und denkt da ist ein komischer Arzt hier gar nichts wissen will sondern redet hier irgendwas irgend so ein Zeug hier ja er war ja jetzt auch nicht Arzt das müssen wir jetzt nochmal dazu sagen er war glaube ich Zimmermann eigentlich klar aber die Erwartung der Leute ist natürlich dass der ein Anamnese Gespräch macht ist so logisch und wer weiß denn was ein Geistheiler ist und dann hat sie gedacht na das ist ja Drollicht und dafür habe ich jetzt die ganze Nacht hier gesessen und mir die Zeit um die Ohren gehauen und dann ist sie zur Brötchenkaufen zur Bäckersfrau und die ach Frau Plopper sie sehen ja so gut aus und dann guckt die in den Spiegel und die ganze Schuppenflechte ist weg und dann ist sie nach Hause und ihre Schwiegermutter die haben ja in Kiel die furchtbaren Bombennächte die hatte Zitterlähmung dadurch Parkinson da hat sie gefragt ob sie auch behandelt werden könnte aber sie könnte nicht dahin wäre sie zu schwach ist meine Mutter wieder hingegangen zu Gröning hat gesagt können sie auch meiner Schwiegermutter in Abwesenheit helfen ja ja das kann ich weil ich sehe dass sie ein gutes Medium sind jetzt nehmen sie hat er diesen Staniolkugel nehmen sie die Staniolkugel in die Hand und denken sie jetzt ganz intensiv an ihre Schwiegermutter und hat sie gemacht kam sie nach Hause Schüttellähmung war vorbei und er hat aber auch gesagt sie müssen das immer wieder erneuern sie müssen immer wieder den Draht zu mir aufnehmen nur dann kann das dauerhaft funktionieren den Impuls setzen jedes Mal genau und sie hat es eben nicht gemacht und dann hatte sie wieder die schreckliche Schuppenflechte also die Leute hatten da natürlich fürchterliches zu leiden aber extrem spannend und auch genau das was worum es ja am Ende geht also anzuerkennen dass wir so vieles zwischen Himmel und Erde eben nicht sehen können und es gibt es trotzdem es gibt glaube ich einen kroatischen Heiler der heißt Braco Mysterium Braco der auch so ähnlich der kommt auch der redet gar nicht also spricht gar nicht der kommt nur in einen Raum und dann kommen da auch hunderte tausende Menschen hin und berichten am Ende von großen Heilerfolgen und ich meine das ist ja immer der Punkt wer heilt hat recht am Ende das wird ja sofort abgetan als esoterischer Spinnkram oder als ja das ist ja selber unwissenschaftlich man kann ja auch ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht kann ich doch gar nicht beurteilen das ist doch eine unwissenschaftliche Behauptung ich kann es doch gar nicht beweisen niemand war tot es gibt nur Nahtoderfahrungen genau und das kann ja auch immer noch sozusagen die Schutzfunktion des Egos sein dass man die eigene Auslöschung nicht aushalten kann weil da ja Endorphine ausgestoßen werden also entsprechende Hormone die dann also extreme Glücksgefühle auslösen und Schmerzlosigkeit Hermann ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch Was schon zu Ende? Das gibt es doch nicht Wir machen einen zweiten Teil würde ich sagen auf jeden Fall Wir haben sicherlich noch Stoff Es sind schon zwei Stunden um weit über zwei Stunden Was? Ja Ich bin doch gerade erst sehr angeträchtigt Ja Kompliment mein Lieber Ich danke dir dass du das so spannend hinkriegst Vielen vielen Dank Ja ich danke dir Danke Spock Danke ruhig und vielen Dank an die Community fürs Zuschauen bis ganz bald an dieser Stelle Tschüss Afterdark Afterdark Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal